Dann gucken wir mal. Warum fängt er an zu tanzen? Sagt Bescheid, ob die Audioqualität soweit okay ist. Was gucke ich hier? Der nächste... Oh wei. Ich glaube, der ist schon ein bisschen angewäßt. Strip-Einlage auf jeden Fall. Die Trittärsche. So beendet man doch keinen Tanz. Hola, Senora. Oh, muchas gracias. Ja, es ist ein bisschen gefeiert. Und ja. Die Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Führ mich hin. Ja, wir spielen Ada sozusagen. Warte mal. Ja, Accessoires. Ich will aber noch mal was gucken am Monitor selbst. Ich will dir mal ein bisschen heller machen, tatsächlich. Ich muss mir die Monitoreinstellung noch mal angucken. User Sports. Ja, komm, das passt schon. Ein Stück, aber dort ist er sicher. Vergiss nicht, kein Bernstein, kein Deal. Wir sind gut, wir sind gut. Was wollen wir denn? Ich weiß nicht. Noch nicht. So, guck mal. Was hat denn die Ada? Die Ada hat ein taktisches Messer. Eine TMP. Die hatten wir mit Leon nicht. So, zur Not haben wir eine Blendgranate. Und eine normale Granate. Würden sie sagen, hier will man nicht sein. Leckt das bei euch? Ich verstehe das nicht. Dann ist halt OBS tatsächlich kaputt, habe ich das Gefühl. Wenn sie jetzt hier auch noch lecken sollte. Die suchen nach uns. Das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Entstanden. Alles klar. Auf geht's, Luis. Arriba y listo. Arriba y listo. Fuck. Der will nur ein bisschen küssen. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Was für ein Mann lässt die Lady? Das ist keine Lady. Das ist... Das ist die Ada. Dann sind wir in der Kirche. Dann machen wir uns jetzt ein Funeral, eh? Jawoll, es ist da. War sie platt. Yo. Tja, Juna, war das deine neue Turnstunde. Einfach mal ein paar böse Lümmel platt machen. Das macht Wurm. Ich git. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist alles in meinem Kopf. Du Lümmel! Wollt der unsere Juna einfach an die Wäsche? Mit mit ihr? Nein, unsere Ada, okay. Erstmal, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, das Spiel könnte dein Geschmack sein, Juna. Und Justin hat ja schon gesagt, dass er darauf Bock hat. Ist okay, tatsächlich, soweit. Ganz schön dunkel hier. Kann ich hier die Helligkeitseinstellung für mich ein bisschen höher schalten? So, in der Mitte gerade noch. Das sieht doch schon besser aus. So, Übertragung leckt auch nicht, hoffe ich. Achso, falscher Knopf. Ja, ich habe noch die Switch-Steuerung im Kopf. So, okay. Das passt soweit. Jetzt will ich nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, tatsächlich. Oder nicht. Schießpulver, das ist soweit okay. Also, wenn Resident Evil 1 kann, dann sind es geile Kirchen. Okay, lass mich raten, da komme ich doch bestimmt auch mal wieder hin. Können den Char... Schade, dass man den Charakter keine manuellen Spitzen haben geben kann. Sonst würde ich ihn Luis Justin nennen. So, kann ich da durch? Ja, ist ja gut. Falscher weg. Okay. Lauf, kleine Eder. Lauf schnell weg. Endlich mal frische Luft. Kontrolle, komm in. Luis hat die Ambre, aber ich habe ihn, um ihn zu retrieren. Mit solchen Stöckelschuhen zu laufen, muss doch schwer sein. Ich habe da jetzt keine Erfahrung, aber... Die Frage... Wir hatten ein paar Schwierigkeiten. Und, wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf der Weg zur Kirche. Ich trage ihn alle Schritt auf der Weg. Sehr gut. Dann schreibe ich, dass du schnellst. Alter, das hat bestimmt wehgetan. Ich trage ihn. Ich verstehe, aber vielleicht ein bisschen zu sehen, zuerst. Das ist der Person. Fuck. Au! 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 Das ist alles nur wegen der Seilpistole. Das ist alles nur wegen der Seilpistole. Das ist alles nur wegen der Seilpistole. Ja, leck mich doch am... Du Lappen. Oh, leck mir doch die Rosette wund! Gleich im ersten Level... Oh! Du hast einen Schuss abgelassen! Fucker you, Penner! Stirb! Ich ejercite einen Schuss! Mach! Möde, Möde, Möde. So, ganz ruhig. Ich will mal ganz kurz was probieren. Alles gut, es ist alles okay. Okay, das macht er nicht. Capture Card, okay, machen wir hier mal. Ich will mal was gucken. Alles in Ordnung. Ich will mal gucken, ob ich hier weniger Lecks rauskriege. Okay. 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 So, okay. Hier komm ich aber auch nur runter tatsächlich, ne? Ah! Oh my God... Things are heating up. Ah! 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 Oh my God! Die Flamme, die Flamme... Die Frage ist, wo kriege ich diese verfitten Katapulte hin? Finde ich ein bisschen extrem tatsächlich. Die Frage ist, wo ist die Frage? Wie schalte ich die denn am besten aus? Au! Oh, diese Scheiß-Katapulte. Hallo, Ladies! Ich hab was für euch! So, das gefällt mir persönlich ganz gut. Danke. So, Messer ist im Eimer Die Frage ist jetzt nur Wie kriege ich diese Scheiß Na klar So, eins habe ich So, eins So, eins Ist natürlich ärgerlich Dass ich nicht alle kriege Oh, das ist ja sau schwer Bei Ada bist du normalerweise Nicht so unter Druck Ich will eigentlich hier lang So, eins Schon ist der Graf überfordert Weil er sich hier nicht einmal in Ruhe umgucken kann Stiefelmesser Ah, das ist kaputt Sieht aus, könnte man es reparieren Oh, das ist ja ärgerlich Dass das halt Dass die halt so schnell kaputt gehen Tatsächlich Kombination mit Schiefspulver Schiefspulver Ja, ja, ja Was ist das? So, jetzt versuche ich noch mal was. Diesen Ficker da hinten würde ich gerne kriegen. So, wer geht mir da noch auf den Sack? Da oben? So, jetzt bin ich noch mal was. Glendgranate. Okay. Ja klar. Nimm's nicht persönlich. Ach, wer nimmt sowas schon persönlich. So, ansonsten sieht das ganz gut aus. Warte mal, wie drehe ich denn das nochmal? Okay, L1. Ach, dieses Craft-Geschiss, ne? Das ist halt auch irgendwie... Brauchen wir nicht unbedingt tatsächlich. Also ich bin so halb-halb-Fan davon tatsächlich. Ich will zwar nichts sagen, aber ich nehme an... Ah, der hat's ein bisschen zerrissen, aber... Dem Chiropraktiker kann man das bestimmt lösen. So, ein bisschen Hunger habe ich aber. Ich habe da Kapitel beendet, voll verkackt, einmal gestorben, richtig abgeschissen. Machen wir gleich nochmal was zu trinken. Ähm... Ich bin schon gestorben, Zui, okay? Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aktuell. Gib mir nochmal ein paar Minuten, dann hole ich mir nochmal ein bisschen Wasser. Und dann hole ich mir nochmal ein bisschen Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann mal kurz Pipi machen und dann bin ich auch bei euch wirklich versprochen. So, dann mal kurz Pipi machen und dann mal kurz Pipi machen. So, jetzt bin ich da. Ja gut, das ist nichts Neues bei einem Graf Let's Play. So, ihr kennt es von mir wie immer, ich fange einen Stream an, habe mal Bock drauf und es ist natürlich Amateur vorbereitet. Mit, äh, erstmal Wasser holen und den ganzen Kram. Und vorbereiten und zwischendurch Hunger kriegen. Aber diesmal, ich weiß nicht woher das kommt, warum ich mich darüber nicht mehr vorbereite. Ich habe es bei Horizon Zero Dawn tatsächlich gemacht. Beim PC-Spiel. Dort war das Problem aber, dass, ja, sie Mara verkackt haben und ich dementsprechend ziemlich viel, ähm, ja, es war dann halt für mich sehr, hat dann keinen Spaß gemacht. Ähm, deswegen bereite ich sowas wahrscheinlich nicht mehr vor, unbewusst oder unterbewusst, um ehrlich zu sein. Normalerweise finde ich unvorbereitete Streams eigentlich auch nicht so geil. So. Machen wir weiter. Ja, Fortschritt speichern, komm. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in deinem Namen begangen und wer wird den Preis bezahlen? Also, das DSC hat mich 10 Euro gekostet. Und, ähm, es gibt ein Achievement, dass man das, äh, dass man das unter zwei Stunden durchgespielt hat. Also werde ich vielleicht 10 brauchen. Nur wegen dieser Plagersprobe. Was mach ich mir denn mal? Tropical, Bärenmix. Oh, Bitterleim, auf Bitterleim hab ich Bock. Boah, Bitterleim, Sirup, ey, Leute. Das riecht schon so brutal. Ein Zehner, wenn die Flasche Sirup... Äh, weg-ex. Boah, das ist schon so dickflüssig. Boah, ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht beher... Boah. Ah, Instagram-Kammer. Ah. Ich konnte mich nicht beherrschen. Mach das bloß nicht nach. Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich wollte unbedingt dieses... Bitterle... Ich mag ja Bitterle... Bitterleim, aber... Sirup. Ich hab wirklich nur zwei Tropfen auf die Zunge genommen. Und, oh. Ja. Ja. Ah, mein Fehler. Schade, dass man hier nicht offiziell schleichen kann oder so. Oh. Oh. Ich schmeck das immer noch. Gut. Da unten, das ist ja für Leon. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich runter will. Aber ich glaube, ich muss da runter tatsächlich. Der war ein bisschen dumm. Ah, ich kann schleichen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das, was da unten passiert, ob mir das gefällt. Freunde, da bin ich ganz ehrlich. Ich befürchte, nein. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank auch. Werde ich wahrscheinlich brauchen. Hier ist ein Fass. Oww. Oww. Dieser Ficklappen! Der Ficklappen! Das war's für heute. ich habe angst ich hab halt nichts mehr ich habe Aaaaaaah! Au! Au! Boah, die... Boah, das ist zwar... ...durr... ...puedes correr... ...puedes esconder... ...no! Au! Dieser Tod war grausam. What a round welcome. Oor... Aaaaaaah! Haydi! Ooran! Dad! Huuu! Aaaaaah! Leck mich doch am Ficksack, ey. Ah, diese ähnliche Schwanzmaden, ey. Ich will mal gucken, ob ich die Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen kann. Ich find's witzig. Das ist ja auch einer von den Zuschauern, die mich nicht mögen. Hoffentlich stirbt die Drecksau. Und weh, du machst so einen fucking Dead-Counter. Ich bin der Fall. Ja genau Oh, he licked me almost Was ist das? So, kann ich mich jetzt mal hier in Ruhe umgucken? Vielleicht habe ich ja irgendwo irgendwas vergessen, was ich nicht glaube. Ein Stierkopf. Ein Stierkopf. What the fuck? Hat er aber grazile Bewegung, dafür, dass dir eben die Augen ausgestochen wurden. Ich sehe hier ziemlich die Kirche. Hm. Ich frage, was hat sie so rief? Die Frau der Präsidentin. Wahrscheinlich. Ich hätte nicht eine schlimme Zeit. Ich habe die Stadt infectiert. Die Satturierung der Lokal. Ich habe das Buch geschrieben. Ich werde sehen, was ich kann. Alter, das war doch kein Grabe. Ich hab verkackt. Normalerweise lassen die auch immer was droppen. Rohstoffe. Grün, grün, gelb. Grün, grün, grün. Ja, das ist mir schon klar. Flintenmunition. Dafür brauch ich zwölfmal. Uh, das ist eine Menge. Mit Messern geht's tatsächlich. So, Juna, was hast du denn zu dem Spiel? Du bist so still. Wahrscheinlich nur am Lurken. Das ist zu viel für mich. Da haben wir mal ein Küchenmesser mit. 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 Da haben wir mal ein Küchenmesser. Das ist das Messer, was kaputt ist. Das müssen wir reparieren. Aber wir finden halt auch Messer. Also dementsprechend hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir schlecht an Messer bestückt sind. Ich weiß, dass du willst, dass das Messer ganz kaputt geht. Und ich kein Messer mehr habe. Ich bin doch noch zu blöd zum Kacken. Das ist das. Das ist nicht der Weg zur Kirche. Also wenn links neben mir stehen würde, würde ich als Kuh nicht ganz entspannt hier grasen. Das ist das. 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 Jonas Afka und sagt noch nicht mal, ob ihr das Spiel gefällt oder nicht. Ei, ei, ei. Warum bin ich nicht überrascht? Tja. Nicht, dass du für Ablenkungen sorgst. Dann muss ich wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich noch irgendwo ein Messer habe oder so. Ja, ich habe noch ein bisschen was. So, Messer ist kaputt. Warum ist das hier gelb angemalt? Was ist das? Was ist das? Woh! Was ist das? Was ist das? Ja, es ist das. Was ist der Grund? Die Worte! Was ist das? Was ist das? Mit Linse in ihren Augen. Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit Langem die Kirchglocke zu hören. Ihr Läutern ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelt sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an, und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit! Die Güte Lord Settlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erläutert. Die Glocke erläutert. Gut. Da unten war so ein... Ich nehme an, die beiden Dinger haben irgendwas zu bedeuten. Gucken wir mal. Hier so zwei... ...Fledermäuse... ...so zwei Fledermäuse. Hier so ein komisches H oder ein T. Hier so ein Strich nach oben. Da irgend so ein Kreis. Okay. 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 Ich nehme an, der macht das auf. Da ist dann irgendwas drin. Okay. Okay. Das haben wir. Das haben wir. Weiß halt nicht, was das halt ist, ne? Wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Äh... Nein zu blauen Medaillons. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Äh... Sekunde, gib mir eine Minute. Jäger nur. Äh... Pas eine Minute, ne? Oder prompted? Oder PatchLE? Ola. Also, we czyync, sie sind eins oder schon ein Female? Vielen Dank. 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 Sorry, sorry, sorry. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. So ein zweier Ding. So, wir haben so ein zweier Ding. Wir haben diese komische... Zwillinge. Und dieses Fledermaus. Und... Wenn du... Wenn ich... Dann... Nein! Nein! Ich habe gesehen, dass... anfangs... Ich... Ist das so vielleicht? So ein Dreier? Ich dachte, die Anfangsprobleme haben dir genau Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht, ob es eine Reihenfolge gewesen ist. Gibt es hier was, wenn ich zurückgehe? Kann ich hier rein? Nee, ne? Okay. Schade. Aber immerhin hat es sich gelohnt. Warum macht ihr das automatisch? Ich müsste eigentlich auch mal wieder Hogwarts weiterspielen. Ich habe nur noch einen Messerstich. Das gefällt mir gar nicht. Ich müsste es nicht mehr auf den Weg. Ich muss mich jetzt aufschauen. Ich muss mich jetzt hier. Ich muss euch aufschauen. Ich muss mich jetzt aufschauen. Ich muss mich jetzt aufschauen. Da geht's! Dieses Messer hab ich nicht gesehen! Oh mein Gott! Warum konnte ich das jetzt herstellen? Wo ist sie? Dass die Spiele bei der Konsolenversion gratis dabei waren. Die DLCs. Zumindest bei der Playstation-Version. Bei der Playstation 2 Version. Jetzt wissen wir, wer die Glocke bei Leon geläutet hat. Die Spiele. 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 Du Lappen. Ich wusste, der macht Ärger. Na dann. Wir sind ja Ada. Das ist die Ashley. Ist zugestellt, okay. Das ist das. Okay. Ja, Leon ist hier, um die Elder zu retten. Hier ist auch nur ein kleiner. Sag mal, bin ich bekloppt? Okay. 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 Wir könnten die jetzt platt machen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht machen muss. Okay. 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 Ich habe ein neues Küchenmesser gefunden. Das ist ganz gut. Weil mein altes funktioniert nicht mehr. Oder nur noch einmal. Na komm, bevor ich jetzt ständig hin und her mache, sehe ich den Ami jetzt komplett auf. Aber gerade ist ein halber, ist auch lecker. Wenn diese hier nur nicht so trocken wäre. Ich werde mal ganz kurz Pipi machen. Ich werde mal ganz kurz hier страшig. Vielen Dank. وأ Vielen Dank. Vielen Dank. Warte, hier gab es doch auch irgendwo... Ich meine, hier gab es noch ein Rabennest. Hey, stranger. So, what are you buying? You've picked quite the place to set up shop, stranger. Hey, and look what it brought me. Well, now, let's make our first time doing business a memorable one. Welcome, stranger. Oh, I've got something new for you, mate. Tauschen. Ich hab null. Oh, my back is killing me. You haven't been kind to us, I suppose. Hier würde ich tatsächlich noch mal warten. Haltbarkeit. Jawoll. So, Punisher, Schulterstütze, Laservisier. Gratis. Abgesägte Schrotflinke, Erste-Hilfe-Spray, rote... Oh, verdammt! Ich voll die Tut, hab alles ins Messer gesteckt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Herstellungsbonus bei der Herstellung von Pustolen-Munition um 15%. Hm. Will das alles sein, dann? Jetzt nicht selbst getötet. Haha. So. Lass mich raten, ich kann jetzt hier rein. Senders. Das ist Julias Kleiderkammer mit den Ex-Freunden. Liegen alle im Schrank. Haha. Nein, war ein Spaß, okay. Clemens Appel, mein Meister. Wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Rome mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen, denn der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur, doch auf einmal sind es viele, hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sagt mir, gibt es einen Weg, diesem Grauen zu entkommen? Der war aber groß. Der war aber groß. Oh mein Gott, hoffentlich verpasse ich hier nichts. hier überhaupt nicht спис. Soll ich den weg zum Beispiel? Ich frege lieber die Kreaturen. Wir des spühlen, wie vor Mannson unsgehe removed. das schon wieder you won't let me go so easily Was ist das? ich hab doch pariert L1 schön, dass es etwas gibt, was nicht klappt L1 Oh, leck mich doch. Ey, meine Güte. Oh, du kannst Angriffe parieren mit L1. Mach ich. Arschlecken. Ja, klappt doch nicht. Capecom. Ha, Schwarzcom. Wie? Don't let me go so easily, huh? Natürlich trifft mich das. Ja, ich bin. Das war's. Oh, fick doch deine Mama ins Knie, du abgefranster Halblappen, ey. Au! Wieso zwei? Ich drück L1, ich drück alles, ich drück deine Mama, die Klitoris deiner Mama und da passiert einfach nix. Ich drück alles, ey. Der frisst viel zu viel. Ich drück alles, ey. Not fond of that, are we? Ich drück alles, ey. Das ist mal wieder, wenn man auf dem gleichen Knopf zwei Sachen reinsetzt und das Spiel einfach nicht abcheckt. Was man denn meint? Will ich jetzt ausweichen oder will ich mich ducken? Das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Oh, fick doch deine wilde Mutter in den Arsch. Ich drück alles. Ja, was ist jetzt was? Das ist der Falsche. Was? Das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Vor allem macht das halt bei Aida keinen Sinn, weil die nix Intus hat. Warum hat sie diese Wahnvorstellungen? Warum haben sie das denn eingebracht? Sie hätten es einfach nur normal lassen müssen. Das ist natürlich jetzt alles leer. Haben sie bestimmt nur gemacht, damit man ständig in Munitionsknappheit kommt. Dieses Haus war noch nie offen. Ich will erstmal hier was rein... erstmal gucken, ob Leon hier mir noch was übrig gelassen hat. Dieser Gegner ist scheiße. Schön, dass ich Flinten-Muni hab. Das bringt mir halt jetzt nicht so viel. Ach Gockel, was ist denn los? Ah, ich komm da rein. Oh ja, eleganter Flakon. Boah, das ist genau das, was ich hier brauche. So. Ich sprühe euch damit so ein, dass ihr keinen Bock mehr auf mich habt. So sieht's aus. Wer braucht denn schon so einen komischen Waffenhändler? Da brauchst du einfach einen Douglas-Lade. Dann ist der Käse auch gegessen. So, Dorf abgrasen. Natürlich komm ich hier nicht mehr hoch. Hallo, ich bin Ada. Natürlich komm ich hier hoch. Komm ich da hoch? Nein. Bisschen Fanview. Hm, hm, hm. Eine Blendy nehme ich mit. Oh, ein Saphir, den kann ich mir an den Flakon laden. Ich hab versucht, ein Haar nachzumachen, okay? Eh, 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 eh. Ah, der hat ja im Hintergrund gehört. Scheiß Gockel. Puck, 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 puck. Puck, 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 puck. Hm, hm. So, was haben wir denn hier? Links auf der Seite ist noch ein grünes Kraut. Da hinten. Wo soll hier noch ein grünes Kraut sein? Hier ist noch ein grünes Kraut, aber wo? Ach, da. So, die ganze Hühnerstelle mal kaputt hier. Ist interessant, dass die Hühnerstelle auch so aussehen wie diese kleinen Hühnerstelle aus French Simulator. Ja, das hat auch wieder ein Major-Update bekommen tatsächlich. Was ich zwar an sich ganz geil finde. Aber man muss auch gestehen. Das, wir müssen halt von, wir mussten halt von vorne anfangen. In dem Spiel. Ja, die Elder ist nicht dafür. Ja. Na, links. Hä? Muss ich wieder zurück zur Kirche? Oh, das ist... Hab ich da was vergessen? So, zurück zum Mindesthaus. Das bedeutet... Warum kann ich nicht hier lang gehen? Weil der Weg versperrt ist. Okay, dann muss ich also hier lang. Und wie soll ich von hier... Da komme ich doch nur da lang. Hä? Bin ich blöd? Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Ha. Jawoll, Hinger. So sieht das doch schon. Alter, hier. Mein Inventar ist a mess. Halt dein Maul. 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 Lappen. Alter, hat er gerade... Ja, ja, genau. Wenn ich dich sehe, geht mir das Herz auf. Perversling. Geht das Herz auf oder die Hose? Komme ich überhaupt zurück? Müsste doch auch ruhig sein hier, ne? So. Hier jetzt zurück. Da geht irgend... Hä? Ich glaube, ich muss ins Dorf, in eine andere Richtung. Ich weiß es halt echt nicht. Lauf, kleine A, da von A nach B. Dann fällst du beim Kacken in den Schnee. Dann rierst du dir das... den Popo ab. Mit Sicherheit war es ins Auge. Ja. Den Flakon. Alter, die Aida schnaufe wie ein Stier. Kann ich hier überhaupt hin? So, wie es aussieht, nicht. Oh ja, Hühnerei. Also, für die nächsten Jungs, die uns zu nahe kommen. Ich kann echt mit dem Hühnerei werfen, ne? Aber... Das Interessante an dem Hühnerei hier ist tatsächlich... dass du es halt auch als Waffe verwenden. Äh, dass du es halt... Ja, es gibt dir ein bisschen Gesundheit wieder. Das ist eine dunkle Höhle. Aida, die Afterhöhlenforscherin. Es sollte nur vorne sein. Ob der mit Schüppelprobleme hat? Locked. Your blood... ...has accepted the gift. Hey! Was ist das? . 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 aber der Tod mit den ausgestochenen Augen war schon echt übel aber dass sie da gleich stirbt Kapitel Ende Let's move on Er hat das gekriegt, was du nicht geschafft hast, Mäuschen Wer schnaupt denn da im Hintergrund? Ein Hinweis zu Louis' Verbleib Was? Was? Hm Aber wer schnaupt denn hier? Ist das die Ada? Never Danke dir, Kai Grüß dich Finde ich schon nice zu sehen, was Ada gemacht hat, während du mit Leon unterwegs warst Das Interessante ist Ja, das war bei Separate Ways immer ganz lustig Das Interessante war Aber bei Resident Evil 6 ist es ja auch so, dass die Geschichten ineinander vergehen Wo wir zum Beispiel mit Wo ich mit Wie heißt denn die Kleine? Wo ich mit der Kleinen gespielt habe und dem Jacob Haben die mit der Rebecca Haben die ja von irgendwo her Haben die Unterstützung bekommen Und wenn wir mit der Ada-Kampagne gespielt haben, haben wir gesehen, warum Dass das die Ada war Wir sind aber zeitgleich halt auch oft ständig auf Leon getroffen Nur die Chris-Kampagne war, glaube ich, ein bisschen Alleine Eigentlich müsste ich das auch nochmal spielen und aufnehmen Das war das mit diesem Schulcampus, wo wir da am Anfang angefangen haben Ich brauche einen Hinweis Das passiert, wenn man in die Ecke pisst Tja, Ada Mach dir mal die Hände schmutzig Was haben wir hier? So Ups, falscher Knopf Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr ganz so Nackt wie bei dem Kampf gegen diesen anderen Wie bei dem Kampf gegen die andere Schwanzmade da Eine komische Kreatur Oh ja, damit kann ich die Zeit anhalten Und die einfach mit Eiern bewerfen Wer schnauft denn hier die ganze Zeit? Das sagst du, Ada Ich bin de anderer Meinung Eben habe ich mich noch beschwert Über dieses Schnaufen Du bist eine Henne und kein Hahn Äh, 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 äh Gickrkki, gickrkki Ey, das Arsch geschnallen wir nie Entschuldigung Deine Kommentare mein Schmach Brüder und Schwester Unser Herr Herr ist entzürnt Da kam jemand rein Und hat ihm das Haus gestürmt In den Arsch getreten Dreimal Dreimal hart Ey, Quatsch Bring mich meistens zum Schmunzeln Das ist doch schön Schlachtet nicht willkürlich Unser Herr ist entzürnt Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab Ein jeder hat das Recht Auf ein anständiges Urteil Und so müssen auch wir Vorurteilslos Gerechtigkeit verhalten lassen Bringt jeden, den ihr einfangt In den Keller der Fabrik Gleiches gilt für Verräter Alter, du Flammen Euer Furz Tüdelü Tüdelü Mach's gut Tüdelü Fick dich Das ist nicht mein Typ Bitch Nein, nein, nein Messer kaputt Oh, jetzt bin ich aber wach, du I've got some bang for your butt Okay Meinst du jetzt, dass du genug Waffenkraft hast Damit ich anderen den Arsch bangen kann Oder dass du genug Bang in der Hose hast Um meinen Arsch zu bangen Wer weiß, was der fort So Keine neuen Waffen Jo Hm Will mal was gucken Okay Okay, den brauche ich nicht mehr 4.000 Willkommen 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 Kaufen Ab Jawoll Aha Warte mal Warte mal, wenn ich die verkaufe Meine normale Pistole Ich würde gerne wissen, wie viel Danke Kann auf dem Kann auf der Punisher MC Ja, ich dachte, ich kriege das Laser Wie sie auch Wie sie auch Warum habe ich so viele Eier im Inventar Alt Stopp Sagt nix Ich verstehe es, warum Ich verstehe es, warum So Jetzt würde ich gerne mal Mein Steuerkreuz sortieren Dann würde ich die Blendgranaten Schnellzugriff Das passt soweit Habe ich noch irgendwelche Handgranaten Oh, habe ich keine Handgranaten Das sieht doch nach was Schönem aus L Äh, äh, was L, B, Q, T, E, was Ich habe keine Ahnung, was das sein soll Da war ganz schön am Schnaufen, die Kleine Ah ja, die hat ja auch ein bisschen Leben verloren Komm, essen wir mal ein Ei Das ist ja auch wieder ein bisschen ruhiger Dahin muss ich, dahin kann ich Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt Die definitiv nicht von, äh, nicht ihm gehört Ist so eine Ist so eine Stylische aus Schafsfell Hast du Zeit, sie dir zurück Äh, sie dir zurückzuholen Belohnung 7 Spinell Fortschritt Was war das gerade? Hast du Zeit, sie dir zurückzuholen Medaillons 1 von 4 Und nackte Tatsachen Verlassene Fabrik Das ist die verlassene Fabrik, ne Ich würde gerne auch ein paar Spinells tatsächlich klatschen Gut, da komme ich nicht hin Jo Tut mir leid, ich habe mir noch was zu tun Was bedeutet denn LBQT? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe etwas Neues für dich Ein Problem gut gestern So, das ist schon mal ganz gut. Damage ist immer ein bisschen besser. Viel Spaß. Ich habe etwas getroffen. Iris. Das interaktive Netzhaut integrierte Abfrage. Hinweise zu sehen, die fürs bloße Auge unsichtbar sind. Es müssen die großen Leute sein. Locked. Das war's für heute. 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 Erhöht die? Ah, okay, wird erhöht. Elegante Armreif. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Er sollt mir Mendes entkommen? Und jetzt... Ich hab' da was gefunden, was mir sehr gut gefällt. 2, 3, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 0... 2, 3, 4, 5, 0... Kleiner Schlüssel. Ja, warte mal. Oh man. Mami hat Spielzeug gefunden. Warte mal, wenn ich das kombiniere... Ja, bringt halt nichts, ne? Musik gefällt mir nicht. Ich hoffe, er ist hier unten. Oh, schon wieder. Ja. Nicht gut. So, Schießpulver hab ich. So, was kann ich denn herstellen? Ich dachte es wär... Nicht ein Mensch in sight. Das sind die Luise. Hat Luise das gemacht? Ja, jetzt weiß ich wieder, wo sie hier sind. Hier war Leon und Luise gefangen tatsächlich. 4, 2, 2, 1, 6, 5. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, wenn ich mir das aufschreibe. Aber... Äh... Kryptische Zahlenfolge. Boah, nach vier Jahren ist der Stift endlich mal ausgetrocknet. Ich hab mir so ein ganzes Pack dieses Stabilo Filzstifte geholt damals. Kurz... 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 Wo ich die Dokumentation zu meiner... Äh... Projektprüfung... Geschrieben hab. Und hab eigentlich nur den... Schwarzen davon... Leergeschrieben. Ist das seine Frequenz? Ada? Haha, ich wusste, dass du mich findest. Das ist mein Job. Bob... Are you about ready to hand over the Amber? There's a big house just outside the village, past the windmill. You know it? Yeah. I know it. Then I'll meet you here. I'll be waiting. I'm sorry, Luis. It might be a while. I'm sorry, Luis. Why? Walu', we're out? I've found you. Hmm... P Republicans da króla. Super. Giddul. So, lass mich mal überlegen, was ich am besten damit mache. Damit kann ich nur das oder das herstellen. Dann ist das nämlich auch leer tatsächlich. So, lass mich mal wiederholen. Das war's für heute. Wir haben einen. Entschuldigung, nicht interessiert. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wunder. So. Die Sterbeanimationen sind zwar interessant, aber ich finde die ein bisschen übertrieben. Die Sterbeanimationen sind zwar ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. 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 Was macht Wesker hier? Lewis hat Charakter tatsächlich. Steilwand. Da würde ich tatsächlich gerne auch mal hin, aber da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Was macht Wesker hier? Der müsste doch mit den Leuten richtig Spaß haben. Das kommt doch eigentlich hier gut klar. Das gefällt mir gar nicht, dass ich hier... vorbei... Ja, das warDS amount. Das ist ein bisschen fnairesver akhir. Aber wenn ihr Sahne macht, comun painted identifyst... Panama macht es eher wipesierbar. цыめ Americi können. Das ist ein bisschen übertriebener. Neugierde rookweise ja mal passt es noch gracias 그래도. just my luck bring me the power fuck ich hab ein richtiges Problem ich hab nicht so viel Munition wie ich hätte gerne haben würde ich hab aber auch bei dem Kettensägentyp viel zu viel Munition verschwendet Einweisung der Fremde ist in der Bergwiller, versammelt alle, weckt unseren gigant, äh, großartigen Sohn äh, okay Oh ja, Sprengpfeile Rohstoffe Talisman Don Rosé So, was kann ich wie kann ich jetzt meinen Koffer anpassen Ich würde wie kann ich jetzt meinen Koffer Ah, Schreibmaschinen Okay So, jetzt kann ich ein bisschen mehr Pistolenmunition herstellen Okay So, jetzt kann ich War so klar. War so klar. War so klar. War so klar. Okay, das bringt nichts. Ich muss nach links. Das will ich aber hier nochmal rein. Hat doch gerade gesagt, dass ich stinke? Oh, du Lappen. Was kann ich dir tun? Ich habe noch kein Geld. Ich bin auch nur ein armes, kleines Mädchen. Gut bin ich nicht, aber... Wenigstens ein bisschen Munition. Ich muss mal gucken. Hier war er schon drin. 기는 Blumen. Okay. Okay. Maiskolben. Das ist doch mal lecker. Als Leon kann man die... Ich glaube, ich muss hier raus. Okay, das ist ein Stein. Nein. Ansonsten läuft hier nichts rum. Das ist ganz gut. Kann ich mich hier ein bisschen umsehen? Ich glaube nicht, dass es hier Respawn gibt, aber es ist zu kurz. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Ekelhaft, sowas. Ach, Knoblau. Die haben also auch normales Essen. Schon mal ganz gut. Okay, das ist zugestellt. Als könnte man das Wagenrad nicht runter... Ow! Ow! Alter! Diese Dynamitstange hat mich voll erwischt, ey. Ich hab halt auch nix, ne? Keine Muni oder sonst was. Ich hab das. Da ist er! Da ist er! So, Schießpulver, ja... So, schießpulver. So, schießpulver. So, schießpulver. So, schießpulver. So, schießpulver durch denari Internet schens sounding professionals. So, ich schießpulver. Kann ich mich jetzt mal hier so halbwegs umgucken? Danke. Okay, hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Boah, ich da jetzt aber großartig hier weitergehe. Fuck. Das sieht interessant aus da hinten. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Okay. Hier komme ich auch nicht... Hier komme ich auch nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Okay. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wenn man meistens sowas kriegt, heißt es nämlich immer, Achtung, gibt es gleich aufs Maul. Ähm, hallo? Sorry big guy, can't let you go that way. Ahi va eso! Ahi va eso! What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Hat unserer asiatischen Juna hinterher gesimmt. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Only a matter of time before it wrecks this place. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Und die Juna sagt, du bist mir zu hässlich. Ich mach viel zu wenig Schaden. Hmm. Das Spiel ist einfach... Nee. Ich kann halt auch nichts machen, weil die scheiß Messer ja kaputt gehen. Ah, da hat man wieder Capecomer nicht nachgedacht, ey. Ah, da hat man wieder. Das war's. Ich hab nix mehr. Komm. Komm. Fick vom. Komm, mach was du willst. Ich kann nix mehr. Das ist doch so blöd zum Scheißen, oder? Nichts. Ich kann nichts mehr machen. Ah doch, eine Sache kann ich noch machen. Vielleicht hilft dir das braune Ei. Oh, das hab ich benutzt. Ja. Tschüss. Oh, mit diesem scheiß verbrauchbaren Messer. Das ist dumm. Ja, bringt nix. Boah. Lecker. Ja, eben haben sie uns die Augen ausgestochen, also. Ich hab halt auch keine richtige... Viel Muni hab ich nicht, ne? Was ist elements, oder? Ja, eben drauf. Ja, jetzt bin ich? Ja. Warum habe ich keine Handgranate? Ja, klar, warum denn nicht? Wir lassen halt auch nichts los, ne? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Da kann er nichts mehr machen. Packt dann wie einen verseuchten Nümmel aus und sprengt die alte von innen. Kann halt nicht mehr rückgängig gemacht werden. Weißt du, das ist doch behindert. Wiener Die lassen halt auch nichts fallen, ne? Die sind nur noch so laut, dich abzufocken. Ah. Na klar. Kannst du vergessen, wenn die Dinge halt durch das Ding rübergreifen, ey. Diese komische Teile auf dem Rücken. Nee, das muss ich erst freischießen, sozusagen. Da muss ich erst ein bisschen Damage fressen. Die sind halt auch total dumm, ne? Dass die Pfeile jetzt nicht getroffen haben, ist einfach nur richtig beschissen. Die sind die Pfeile. Das war's für heute. Was ist los, du Lappen? Willst du mich verarschen? Ey, hab ich jetzt auf Schleich oder auf Schwer gestellt? Was ist los? Was ist los, du Lappen? 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 Das ist ein sehr dummes Konzept. Was ist los, du Lappen? Das ist so ein dummes Konzept. Warum hält der so viel aus? Oh Mann, ey, was für ein Schwer, du Lappen hat da schon wieder seine Tochter vergewaltigt. Das ist eine Geil, du Lappen hat da schon mal eine Geile Idee, ey. Okay. 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 Was ist los, du Lappen hat da schon mal eine Geile. Was ist los, du Lappen hat da schon mal eine Geile. Was ist los, du Lappen hat da schon mal eine Geile. Was ist los, du Lappen hat da schon mal eine Geile. Was ist los, du Lappen hat da schon mal eine Geile. Wow. 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 Only a matter of time before arresting police. Wow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der frisst zu viel Der frisst eindeutig viel zu viel Leben Der frisst einfach zu viel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ne Gut Also vergessen Kann man vergessen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann man vergessen Vielleicht kann ich auch irgendwas beim Waffenhändler machen, aber so wie es aussieht Ist hier ist das Spiel ist, sagt das Spiel ganz offiziell, wir machen den so gut wie unsterblich Ich weiß nicht Whatever es auch scand Ich weiß'n Meer ouvert, ich weiß nicht ich weiß nicht ob es ein Bug ist Wenn ich dich hier interessiere. Ein Wettbewerb gut. Was du sehen, ist das, was ich habe. Ein Wettbewerb gut. Diesen Wettbewerb ist um Finesse, Stranger. Ein bisschen geht ein langer Weg. Du hast eine Selektion von guten Dingen auf dem Weg, Stranger. Mein Bruder ist... Ich hätte hier die Magazingröße kaufen sollen. Die habe ich gekauft. Oh, diese Schwanzschweine, ey. Selbst das haben sie rausgenommen. Oh, diese Ficker. Normalerweise... Ich weiß nicht, ob es im Remake auch schon rausgenommen haben, diese sadistischen, kranken Bastarde. Aber... Wenn du ein leeres Gewehr hattest, dann hast du die Magazinerweiterung erhöht. Hast du immer eine gratis Nachladung bekommen. Das war so ein kleiner Trick im Spiel, wo du ein bisschen Muni sparen konntest. Hier haben sie es rausgenommen. Ah, dieser Schwanzlappen, ey. Deine Mann. Wer hat so einiger? Ach... Ol, ich weiß nicht, wenn du nicht meinen Namen hast. Ich weiß nicht. Und das istios an. Hier sieht nicht. Ich weiß nicht. Immer mehr dazu. Ich weiß nicht. Die kommen nicht. Ich weiß nicht. Er gehört nicht. Es geht nicht. Mir kann. Ah. Das ist doch eine ärgerliche Scheiße. Verdammt, verdammt, verdammt. Der frisst aber auch viel, ne? Du brauchst doch viele Kugeln. Ja, was ist, wenn ich einen Spielstand habe, wo ich keine Kugeln mehr habe, muss ich den ganzen Scheiß neu machen? Kann ich das jetzt nicht mehr spielen? Wäre immer nice to know. Genau, das würde mir helfen. Bringt mir halt auch nicht viel. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ach man, das war's für heute... Oh, man! Lauf! Es ist doch so eine Last Kranke Sadisten Bullshit So ein Rotz So ein guter Job ich gemacht habe Ich habe meine Arsch und habe es geschafft, bevor ich es getroffen habe Das ist, warum ich noch nicht жив bin Das Problem war, dass wir dich aus hier rauskennen, wenn du die Amber Keine Amber, keine Schutz, Luis So ein Stickler für Details, huh, Ada? Okay, dann Das wird ein Graus. Dieser Rotz. Oh, wir finden das lustig. Wir machen einfach mal Munitionsknappheit. Weil wir sonst nichts anderes können. Der frisst einfach viel. Dreckteil. Traurigerweise ja. So ein Müll. Gerade so. Du kommst zurück. Du bist wunderschön. Es gibt diese eine Sache, die ich tun muss, bevor ich die Emmer zurückkehren kann. Before? Das ist nicht eine Begründung, Louis. Also wähle deine nächsten Worte, vorsichtig. Let me guess. Leon? On myself. So why does this matter to me? Because you two are infected. It's what I researched for all these years, Ada, and I see the symptoms already showing in your eyes. You must already feel the effects, eh? The medicine will stop them for a time. Just trust me. You have a lot to gain. And nothing to lose. Okay, but this is your last chance. We do this first, and then the amber. Oh, man. I'll let Leon know. Hola, Luis here. Are you guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect. Because I have a present I want to give you. Medicine, that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. So, also ich wäre, ich hätte fast gedacht, das Interessante ist, du hast richtig viel Schaden mit dem Messer gemacht, aber da mein Messer nicht repariert war, habe ich halt echt, war ich halt echt, 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 echt Probleme. Das sind super Voraussetzungen für einen neuen Spielabschnitt. Ich habe nichts. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich weiter muss. Na, super. Ich muss mich hier jetzt gut umsehen und jeden Scheiß überlegen, wenn ich das Spiel nochmal schaffen will. Trotzdem einfach nur asozial, ey. Früher waren wir, früher waren wir, früher waren wir, früher waren wir Spieler Kunden und nicht irgendwelche Ärsche, die man vergewaltigt. Seit wann hat sich das geändert? Seit wann hat sich das geändert? Was würde ich tun, ohne dich, Reda? B-Parasiten-Futter. Ach, Leon, äh, äh, Louis. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ich weiß, wir wissen, ob wir wissen. Merde! Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da! Oh, natürlich sind da! Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da! Oh, nein! Das war's für heute. Ich bin gefickt, 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 gefickt. Ah, verdammt. Nein, nein, nein! Wir können die Medizin nicht verletzt werden! Luis, lass es gehen! Luis! Du bist wirklich? Luis, zurück hier! Nicht inhalte den Schmuck! Nein, super. Uns macht der Rauch natürlich nix aus. Nein, super. Nein, super. Nein, super. Ich bin nicht in der Schmuck. Ich bin in der Schmuck. Ich bin in der Schmuck. Ich bin nicht in der Schmuck. Okay, dann. Lanzen. Ich bin in der Schmuck. Ja, aber... Ich bin in der Schmuck. 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 Nicht in der Schmuck. Goldplättchen. Natürlich hat Luis den Schlüssel verloren. Das hätt der Luis nicht hingekriegt, natürlich. Also schnell kann nur nicht mehr ich schreiben. Du gehst, find sie und ich will die Ember holen. Ich wünsche mir Glück. Buchbinderei, goldene Flasche. Genau, eine goldene Flasche und einen blauen Schmetterling. Gleichzeitig. Ne, warte mal, hier war ich doch schon. Ja, bin zurückgelaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sind wir jetzt hier zurückgelaufen? Warum konnte ich jetzt eben... Habe ich jetzt eben 10 plus 5 Finger? Es ist hier weg. Mori des Siri, mori des Siri. Glyko-Glyptographenstein Okay Achso, ja, wegen Raccoon City Ja, verstehe Boah, du Lappen Oh, Red 9 Angriffskraft Hm, hm So, was haben wir denn hier? Punisher MC Ja, es ist alles You don't want to know Ruby's all rubbish He makes no deal well struck Hm Molding a good is new Ich weiß nicht Ja, probieren wir es mal hier mit So, was haben wir denn hier? Blendgranate Niedlicher Bär Schießpulver Eigentlich gar nicht schlecht MP Muni 15% Flimfen Muni Gewehr Munition All yours, Stranger He 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 Thank you Dude So So So, ich kann ja auch Sachen aufbewahren Wenn ich sie nicht brauche Verstehe Aber Sieht alles so aus Als könnte ich da nicht mehr machen Gut Da komme ich also nicht lang Eine kleine Kalkstein Kalksteinplatte zur Herstellung von Liptographie Das ist nicht so ein Upposting Das ist nicht so ein Upposting Das ist nicht so ein Luftfluss Ich bin Jesper Dr 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 Hä? Ist doch. Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt verstehe ich das. Okay. Hexagon und Quader war auch noch zu berücksichtigen. Der Schuss wird mir jetzt das Leben kosten, weil ich ihn an einem Tier verschwendet habe, was mir nichts tut. Das erste Ingedient sollte in diesem Raum sein. Kann ich dir nicht... Seht ihr das? Da ist doch irgendein Organismus drin. Für die Damen natürlich so ein süßer Ritterhintern. Eins, zwei, drei. Die Methode, an die Tinte zu kommen. Einfach schießen. Darf ich mir das aber nochmal angucken? Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Eins, zwei, drei. Dreieck. Ist jetzt rumgedreht. Einmal, zweimal, dreimal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das ist spiegelverkehrt, glaube ich. Es. Never. Das ist aber kein Dreieck. Hier gibt es mehrere. Ich muss das Richtige finden. Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe auch keine Lust Munition zu verschwenden. Alles gut. Bin noch da. Alles gut. hier sind fünf aber sind die jener so das ist so ein ganz normales schild das muss die Das ist die ink. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Leon. Du weißt, ich arbeite nicht in der Stadt. Das war's für heute. Ich war miteinander Vögeln, die zwei, dann haben sie Ruhe. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen uns, Leon. Na dann. Eigentlich mögen die den doch alle. Warum ist die Fackel rot und warum ist die nicht an? Blending. Blending. Blendgranate. Das ist... Das ist ein enges Loch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schlange und Schlange. Slytherin. Das war's für heute. Drei Motten. Drei Motten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, erstmal hier alles voll machen. I've got a bad feeling about this. Don't come look at these things. 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 Okay, das ging... ging ja noch. Au. Okay. Aua. Hättest du da nicht einfach irgendein... Ich hätt' ja das Ding rumgedreht und da reingesteckt. Oder das Schwert. Irgendwie sowas. War doch nicht so ein Mist. Okay. Okay. Now for the second ingredient. Okay. Wer schnauft denn hier im Hintergrund die ganze Zeit so bescheuert. Bescheuert. Looks like something goes here. A trap. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Let's go. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Och ne, ich mag die Viecher nicht. Ich dachte so. Ich dachte so. Leck mir doch die Rosette wund, ey. Ey, fickt euch doch ins Knie, ihr Wichslappen, ey. Oh, wie asozial. 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 Amen. Du tust mir echt leid. Das ist doch scheiße, man, so was ekelhaftes. Ich brauche eigentlich Flinten-Munition. Ich brauche dich. 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 Ich brauche mich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Was kann ich für dich? Jetzt mach sie einander. Okay, Luis. Das sind zwei. Das sollte in einer anderen Wohnung werden von der Kastelwand vielmehrt. Das sieht komisch aus, das gefällt mir gar nicht. Das sieht komisch aus, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus, das sieht komisch aus. So, das Problem ist, wenn ich halt nicht sparsam umgehe, kann ich nicht genug Kohle sammeln. Wenn ich nicht genug Kohle sammle. Und das ist jetzt nur die zwei. Hat mir das Original tatsächlich besser gefallen. So, Seidenkristall ist okay, nehme ich mal mit. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Glória a las plavas Couldn't just let me through, could you? Ugh, boys! Ugh! Glória a las plavas! Glória a las plavas! Glória a las plavas! Glória a las plavas! What? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Glória a las plavas! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Yay! Kann ich keine Granate herstellen? Kann ich nicht? Oh, komm schon. Bleib hier, du Wichser. Oh, my head. Oh, es ist ekelhaft. Oh, Mann, du Huren gefickte Fotzen. Picksau. Warte mal, ob wir diese Schwanzmale einmal kriegen. Wieder so ein Katze-Maus-Spiel. So, mir machen wir einfach ultra stark. Oh, das war's. Aber was ist? Okay. So, kann ich mich jetzt in Ruhe hier umsehen? Hinter mir, da gibt es irgendwo noch so ein... Dann nehme ich doch gleich mal die ganzen Münzen. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich das nicht mache, habe ich ein Problem. Diesen ganzen, wir müssen das alles schwer machen. Das ist's nicht möglich. Das ist das Schauspiel. Das ist ja, das ist das Schauspiel. So, okay, da hinten noch. Hängt wahrscheinlich hier an der Wand. Ich meine, jetzt haben wir ja Ruhe, auch wenn ich... So, wo haben wir noch eins? Links. Da. Frage ist nur, wo genau? Super. Gut, dafür brauche ich drei Runde. So, hier ist noch ein Schießpulver. Das hat doch wunderbar geklappt. Nämlich mal so eins. Das behalte ich mal. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ganz viel sammeln muss. Also, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Dass ich nämlich nicht mehr genug habe, um mich selbst zu versorgen. Wenn es mal hard of hard kommt. Versuche ich hier rauszukommen. Hat sich aber gelohnt, mir nochmal vorbeizuschauen. So, wo muss ich denn lang? Hier die Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob ich nochmal vor zum Verkäufer will. Zum Händler. Aber eigentlich sieht das soweit ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob ich die Treppe hoch. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin immer noch nicht richtig ausgerüstet für diese... Ich habe noch ein paar Unfinished-Businesses für mich zu beschäftigen. Also, was ist der Amber geworden? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon, changed your mind yet? Yeah. Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? So, gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Kam ich von hier nicht? Ich kam von dort. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter für mich? Von... Sangre, 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 sangre. Oh, Gott. Jesus, ich war gut, seid echt nicht wo Schlange ich will mich einfach mal in Ruhe umgucken aber nein warte mal hier bin jetzt sind wir doch mit Leon lang gelaufen tatsächlich gut da bin ich noch eine Runde gerannt aber da kann ich doch auch nichts hä muss ich da durch ne hier lang hier hat jemand mit Farbe gespielt 18.700 na das nenne ich mal ein Schatz der es fast wert ist verkauft zu werden ich will es ja nicht sagen aber ey das Schuh müsste so Probleme haben Blue Butterfly April neun Jahre meines nach meinem Erwachen ich habe ein handschriftliches Gesuch bei Mendes von Mendes erhalten er bittet mich darum dem Diener zu vergeben der so töricht davon lief aber versteht nicht es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung es geht um ein Vorhaben für welches zahllose Opfer vonnöten sind es mir eine Ehre für all jene die im Hoheitsgebiet unseres Herrn Ramon leben außerdem ist es schlicht unmöglich dieses Ding jetzt aus seinem Körper zu entfernen sie indiziert ihrem Opfer ein Teil von sich selbst und manipuliert damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einen Albtraum die Wirtes sind ihrem Willen unterworfen egal wie sehr sie versuchen ihr zu entkommen die einzige Methode den Qualen ein Ende zu setzen ist sie zu töten der mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts warum ist offen warum ist offensichtlich dieses Wesen ist aus spezialisierten Zellen aufgebaut die alleine nicht lebensfähig sind und dennoch scheint niemand stark genug meine treuen Gefährtin meine Pesanta zu besiegen okay das bringt mich jetzt wie weiter Schmetterling Borkenkäfer Käfer Schmetterling warte mal wie viel muss ich denn hier machen äh der Kurator der Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter er überlässt die ganze Erzieharbeit mir selbst wenn er sich mal hier blicken lässt glotzt er bloß seine drei Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an und die sind nicht mal besonders ich weiß nicht was er an diesen drei Präparaten findet für mich sind sie jedenfalls völlig banal und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling mit unserem Abstand äh mit unserem Abstand wertvollsten Präparat wäre er ein guter Forscher wüsste er das auch immer gleiche Reihenfolge und Käfer ne aber es ist immer zuletzt hä das verstehe ich jetzt nicht Spinner Käfer die Frage ist wann fängt der wo fängt er an okay hier lang so den Hirschkäfer dann dieses komische Geweih scheint aber irgendwie ich weiß es nicht genau was es ist und dann als letztes die Eidechse Hirschkäfer Geweih immer in der selben Reihenfolge Hirschkäfer Geweihkäfer 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 und den Lursch das ist dieser Käfer und dann den Lursch oh okay das ist Das ist genau das, was du willst. Oh, das ist nicht gut. Die Parasite reagiert an die Amber. Also, das ist die Amber. Das sieht aus, was Wesker will. Die Parasite warst nicht so. Nur für ein paar Zeit. Sie sind bereit? Du salut. Just remember, it's not a cure. We still need to find a way to get that thing out of you. It's coming. I don't understand. It should be working by now. Take the Amber and go. Once the Parasite is sedated, you can give me back that damn stone. I can't leave you here. Not like this. Spare me. I'll be fine. You got another promise to keep. All right. But come and find me. As soon as you're done here. Oh nein, nicht schon wieder der. Ah. Ja, ich möchte Fortschritt speichern. Traurigerweise. Eieieiei. Es gibt den übrigen einen, ähm, Boni. Ein Achievement, was dir Punkte gibt. Die du dann in einem Boni-Shop gegen Stuff kaufen kannst. Medizin. Es funktioniert. Wenn du dieses DLC innerhalb von zwei Stunden durchspielst. Warum hat hier eigentlich kein rotes Kleid an? So wie im Original. Nicht chilliger. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite raus. Hier ist Johnny. Luis hat die Ember. Ich muss ihn erreichen. Ich will mir eigentlich noch alles ansuchen, in der Hoffnung irgendwas zu entdecken, was ich noch nehmen kann. Also mitnehmen, im Sinne von möglicher Muni. Luises Fettbewerb. Sie müssen hierher gehen. Ich muss hierher gehen. Oh. Ow! So, hier muss es doch irgendwas geben. Ich bin doch nicht umsonst hierher gelaufen. Hallo, Kro... Oh. Nice. Nice-u. Ach, ich hätte... Muss ich zurück? Will ich zurück? Soll ich zurück? Ja, kann ich ja nicht, wenn ich es hier umstelle. So. Super. Dezember, acht Jahre nach meinem Fortschritt bei der Bestrebung, Menschen mit Insekten zu vereinen, sind in Stocken geraten. Ich vermochte es bisher nicht, meine stabile Kreuzung zu... eine stabile Kreuzung zu erzielen und meine Geduld neigt sich dem Ende. Die Haushälterin hat viel erlitten und ich muss gestehen, dass wir bei ihrem qualvollen Geschrei jedes Mal Schauer über den Rücken laufen. Werde ich jeweils Perfektion erreichen? Autsch. Ich habe die Wahl. Ich kann an meiner bisherigen Methode festhalten, nichts verändern, stattdessen meine Suche nach geeigneten Insektengewebe ausweiten oder ich kann einen dritten, völlig anderen Organismus mit in die Gleichung aufnehmen. Wenn doch dies verwerflich und unmoralisch wäre. Ja, du versuchst Menschen mit Insekten zu kreuzen, die das Schweine wehtut und sagst dann, oh, das ist unmoralisch. Da fängt es auch an vom Moral zu wehen. Letzteres würde im schlimmsten Fall in einem Misserfolg enden. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mit meiner derzeitigen Herangehensweise auf ewigem Stillstand verharren werde. Die Haushälterin wird daran zerbrechen, wenn es so weitergeht wie bisher. Ich muss eine Entscheidung treffen. So ein treuer Diener Isidro. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Gut. Oh, so ein Rätsel, ey. Naja. Ja. Das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ja, das ist weird. Da muss ich nicht zwingend. Und hier komme ich wieder nach oben. Ja, aber wenn ich die Sonne einstelle, ihr Vögel, komme ich ja nirgends weiter. Dann ist das eine Tor auch noch zu. Bum, bum, bum. Aus den Bärenfallen. Hat da jemand bei Kackkommen nicht nachgedacht? Ja, ich bin sehr nachtragend, was das angeht. Dem Gigante haben sie mir das Spielspaß versaut. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Das ich nicht verstehe. Ich bin. Hm. 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 Hier kann ich auch nicht lang. Da auch nicht. Och, scheiß Kackmüll, ey. Also wenn ihr es habt, sagt mir Bescheid. Ich bin da ein bisschen am grübeln. Ich weiß nicht, was es jetzt noch bringt. Hier komme ich nur rein, wenn das gemacht ist. So, ich muss dem Luis Serra folgen. Der ist jetzt hier unten. Wie ist er jetzt hier hoch? Hier ist er lang. Aber wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Hier geht es ja nicht weiter. Und hier gibt es auch keinen Schalter, wo ich irgendwas bedienen kann. Ich komme hier nur in einem Loop zurück. Um das zu bedienen. Bringt mir persönlich aber gefühlt nix. Was zum Geier. Hey da, ich hoffe, du liest das und niemand anderes. Ich gehe in die Mine, um Leon zu suchen. Ramon hat in einer seiner Lautsprecher-Ansagen was davon gefaselt, dass ihn da unten der Tod erwartet, was auch immer das bedeuten soll. Du kommst über die Wasserstraße hin. Der ganze Bereich ist ziemlich gefährlich und verwinkelt, aber ich werde ein paar Markierungen für dich hinterlassen. Mmh, lecker! So sieht meine Speisekammer aus. This way. Nee, auch zurück. Nee, nur ein Seidenkristall mitnehmen. Mmh, yummy. Da kriegt man richtig Hunger. Ich kriege auch langsam wieder Hunger. Ich musste letztens eine Fledermost K.O. schlagen. Ich hoffe, ich habe sie nur K.O. geschlagen. Ich hoffe, es ist kein Zeichen von Dingen zu kommen. Ich hoffe, ich habe sie damit nicht getötet. Die ist mal in ein Fenster reingeflogen und die kamen nicht mehr raus. Locked. Wie kriege ich das auf? Man muss ja da irgendwie... 구 Above es sind. Lights out... Amandona! Yep, war sie! Just auf! Bis zum Russian. Okay. Super. Ah, das ist ein gelbes Grau. Super. So. So. Ich habe das Gefühl, dass die Resident Evil Teile generell bei euch gut ankommen. So, bei der Zuschauerschaft bis auf Pokémon, aber da ist halt die Frage, liegt es am Pokémon oder ich nehme tatsächlich mal eine Blendgranate mit. Guck mal, der hat sogar die Mühe gemachten, äh, Dingsbums, der hat sogar die Mühe gemachten, Fisch zu machen. Da gehe ich nicht rein. Ach, warum denn nicht, Ada, hm? Wo ein bisschen Drecksplörer aus dem Uterus. Geht tatsächlich. So, anscheinend, äh, Wasserstraße von einem glitschigen Zeitgenossen bewohnt oder besser beherrscht, Herrn-Auftrag, den Herrn der Wasserstraße verkaufen. Krogas Wasserstraße. Oh, ich sehe, du hast eine Beherrscht gemacht. Gut gemacht. Ein Job gut gemacht hat, verdient eine Behandlung. Ich habe etwas Neues für dich. Oh, meine Brüche ist schützend. Ich könnte die Dinger holen, von denen bräuchte ich ein paar. Super, das liegt doch alles wunderbar. Super, der braucht ja richtig Money gerade, ne? So. Ich will was verkaufen, das kann weg, das kann weg, das ist voll. Viele Jahre war die Wasserstraße unter der Borg in der Vergessenheit geraten. Unter unseren Aufzeichnungen zufolge wurde sie zu Zeiten der dritten Generation im Auftrag von Graf Gregory, dem Architekten, erbaut. Seine Beweggründe für die Errichtung des Kanals sind unklar, aber möglicherweise bezweckte er, damit die Insekten fernzuhalten, die seinen Vorgänger Graf Hippolio so geplagt hatten. Wasser ist für uns, für die Familie Salazar, immer ein Symbol der Reinheit. Grogus Wasserstraße wurde während der Aushebung eines unterirdischen Tunnels auf Befehl des Grafen Ramon 8. Generation wiederentdeckt. Die auffällig wunderschöne Architektur steht exemplarisch für Grogus brillante Arbeit, doch das ist nicht alles. Er leitet den Fluss für den, in den Untergrund um und erreichte, und errichte das Wasserwerkstum wie Abwas, das, das Abwassersystem. Mehrere Dürrezeiten kann der Komplekt sogar als Anlage für Wasserspeicherung genutzt werden. Aber seine Schönheit ist eine Vergeudung für den Einfallspinsel, der im Moment auf dem Thron sitzt. Er sieht in diesem Ort einzig den Nutzen darin, diejenigen zu ertränken, die sich gegen ihn auflehnen. Eine Frechheit, Giorgio würde sich im Grabe rumdrehen. So, ist aber schön, dass ich jetzt ordentlich Platz habe. Ich bin auch noch mal kurz auf dem Klo. moche Ich bin auch noch im Moment. Vielen Dank. 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 Auftrag hier ist irgendwas Glitschiges los. Irgendwas Glitschiges beherrscht die Kanalisation. Ich habe ganz schnell aufs Maul gekriegt gerade. Schade. Schade. Lass mich raten, ich muss das Wasser... Oh nein. Ich hoffe... Ich habe mich raten. Ich habe mich raten. Warum geht das nicht? Das ist schwach. Ich habe mich raten. Ich habe halt nicht so viel... Ich habe jetzt gerade eine rohe Schlange gefressen. Lecker. Habe ich das nicht gekauft? Nee, ne? Warte mal, ich kann da was verkaufen. Ein Messer kann ich verbessern. Haltbarkeit auf jeden Fall, obwohl die Haltbarkeit geht tatsächlich. Ich bin jetzt mit der Haltbarkeit gar nicht so... Ich bin jetzt mit der Haltbarkeit. Warte mal, hier lang muss ich... Wenn ich hier lang muss, was sagt er in die andere Richtung? Du Hurensohn! Alter, habe ich gerade Gänsehaut? Oh nein! Bitte nicht! Ich bin jetzt mit der Haltbarkeit. Hier wir gehen. Schau mal, stirb doch endlich, du... Knödel, Düdel. Schmand... Soßen-Schnüffler. Okay. Es wirkt interessant tatsächlich. Ich weiß nicht, wo ich lang will. So, du fauliger Mösen-Schlurz. Jetzt kacke ich dir aber in deine Mama. Aber ich bin ein paar Mal gestorben tatsächlich. Ah, Mist. Also einmal haben sie dir die Augen ausgestochen und einmal hat er ihr erst den Mundkuli des Todes gegeben. Und ihr den Kopf abgebissen. Aber bei dem L-Gigante bin ich ein paar Mal gestorben, weil ich einfach keine Munition hatte. Konnte ich nichts mehr machen. Und da das Schwanzkommi ja meinte, wir machen auch ganz gerne die Messer kaputt. War halt natürlich alles im Eimer. Okay. 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 Ah, den mussten wir hier jagen, ne? Kann ich jetzt wieder hoch erstmal? Ich glaube, der will den haben. Ich glaube, der ist ein Spezialprachtvoller Armreif. So, wollen wir mal gucken. Edelsteine einsetzen. Das war eine Menge. Angriffskraft um das 1,5-fache. Holy shit. Das war's wert. Das war's. Normalerweise nicht tatsächlich, aber irgendwie... Also, ja und nein. In Resident Evil 1 und 2 tatsächlich ja. Obwohl 2, das Original, habe ich nie gespielt. Resident Evil 1 habe ich aufgrund von der Munitionsknappheit nicht spielen können. Resident Evil 4 eigentlich gar nicht. Also das Originale. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir das mit dem Herstellen gemacht haben, habe ich das Gefühl, dass es der Fall ist, dass sie da jetzt Munitionsknappheit reingemacht haben, um es interessanter zu gestalten. Also wenn ihr die Ideen ausgehen, machst du halt so einen Scheiß. Danke für die Direktionen, Luis. Boah, ich muss kurz Pause machen. Ich habe so einen fucking Hunger. Das kannst du dir nicht ausmalen. Das Einzige, was ich so richtig nervig finde an diesen beschissenen Sandwich-Makern, dass sie halt keinen manuellen Ausschalter haben. Du musst sie immer vom Strom nehmen, wenn du die ausmachen willst. Das finde ich ein bisschen schade. Oder ich gucke, ob ich einen finde, der das kann. Ich mache jetzt erstmal ein paar Sandwich-Boys. Ich muss sie jetzt erstmal aufwärmen. Aber ich werde halt auch mit der Zeit schlechter, was Games angeht. Ich war ja noch nie so ein Profi oder so. Aber meine Skills gehen halt stark nach unten. Ich habe aber auch viele Spiele gespielt, die eigentlich sowas wie Skill nicht gebraucht haben. Da ist halt die Frage, ob es vielleicht da dran lag. Kann man aber so gar nicht, gar nicht sagen. Also sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Der ganze Käse. So, bin mal gespannt, ob das jetzt mit dem Käse klappt oder ob ich mir wieder den, ob ich wieder eine halbe Stunde sauber machen kann. Aber eigentlich sollte das jetzt kein Problem sein, wenn ich diesmal darauf geachtet habe, die richtige Toastgröße zu nehmen und nicht die Dinger zu groß zu machen. Und man sagt, man soll die mit Nutella machen. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, und so, ich sag du es mir. Ich muss mal noch kurz ein Messer holen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, man darf, glaube ich, noch nicht so viel drauf machen. So, auch dünn. So, das wäre natürlich geil, wenn ich dann noch einen Mitspieler für Razzy 6 finden würde. Der sich dann auch mit mir während des Livestreams in Voice Channel traut. Weil das ist so die Sache, die immer sehr schwierig ist. Und das mögen die wenigsten. So, das Ding hat halt auch keinen automatischen Ausschalter. Ja, das mit dem Käse kannst du vergessen. Ich habe da fast keinen Käse drauf gemacht, trotzdem kam der raus. Das kam nicht so extrem aus, tatsächlich. Aber... Das ist trotzdem widerlich. Am letzten Mal habe ich zu viel Käse reingemacht und die Super-Sandwich-Scheiben. Und da ist alles ins Gelenk geflossen, sozusagen. Vielleicht habe ich auch einfach nur den falschen Käse genommen. Vielleicht ist der Schmelzkäse gar nicht so gut geeignet. Aber das ist Sandwich-Scheiben. Aber das ist Sandwich-Käse, also... Schwierig. Was ist an die Beschichte da, also... Geht super ab. Na ja, da gab ich sowieso immer Zewa hier. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. So, ich habe Resident Evil 6 mehrmals versucht anzuspielen, bin aber echt... Bin aber auch mal recht weit gekommen. Ich glaube, ich konnte nie eine der Geschichten komplett zu Ende spielen. Also die Ada-Geschichte haben wir tatsächlich zu Ende gespielt. Ich glaube, die Leon-Geschichte auch. Das Einzige, was mir in meiner Erinnerung jetzt offen wäre, ist Chris Redfield. Das habe ich ja mit Robin und Marcel damals zusammengespielt, die dann auch bei mir, zu mir vorbeigekommen sind. Da habe ich noch auf YouTube gestreamt. Und die Rebecca-Geschichte und dem Sohn von Albert Wesker mit denen. Die beiden hatten wir nie richtig durch. Also Chris Redfield und Dingsbums. Jacob und Rebecca Chambers. Die beiden haben uns haben uns, was das angeht, gefehlt. Also wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass wir das mal gemeinsam zocken, Tzuyu. Aber ich habe ja eben von dem Problem erzählt. Das Problem war ja nicht das Zocken, sondern dass man das auch gemeinsam spielt. oder Sandwich Maker. Muss halt nicht eigentlich nur lernen, wie man mit dem umgeht, aber ansonsten ist der Gottesgeschenk. Das war ja das Problem, weswegen wir das nie gespielt haben. Ich wollte es unbedingt im Stream machen, weil es ein richtig geiles Streamspiel ist, tatsächlich. Ich bin nicht so unterhaltsam im Stream wie du. Das wäre ja voll öde. Und mit mir zusammen? Warum nicht? Vom Unterhaltungswert bei The Forest habe ich ja in Zelti auch ganz schön hochgezogen. Nur ihm war das zu viel. Sich mal einen Termin der Woche zu merken. Und zusammen mit mir The Forest zu zocken. Oder aufzunehmen. Und wenn du dann einen hast, der legen der seinen Schlafrhythmus wegen Florencia auf Nacht verschiebt, ist es halt immer ein bisschen doof, wenn es da halt noch eine Person gibt, die zwischendurch arbeiten muss. Und ja. Kannst halt nicht, was weiß ich, Donnerstag Nacht um eins habe ich Zeit, äh, tut mir leid, Freitag muss ich arbeiten. Mein Freund. Und das keine zwei, drei Stunden wie in der, wie, wo hat der letzte Skava liegt? Lebenshilfe? Tafel, stimmt. Tafel war das. In so einem Krankenhaus meine acht, neun, äh, meine knapp acht Stunden. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger. Und als dann die Aufrufzahlen nicht so kamen, hat das Projekt fallen lassen. Hat dann woanders da die Schuld gesucht. Drück mir keine Views ein, brauche ich nicht. Okay. In dieser Zeit hatte ich richtig Bock auf The Forest. Keine Ahnung, auf einmal hat er keine Lust mehr gehabt. Ja, so groß wird das jetzt auch nicht geguckt und ich ziehe dich da voll hoch, sagt er zu mir. Und deswegen konnte er angeblich immer weniger. Als ich dann gemerkt hatte, als ich dann mit ihm zusammen noch gezockt habe, dass immer, wenn wir uns verabredet hatten, um zu zocken, hat halt Florencia gezockt und dann von dem einen oder anderen irgendwie irgendwelche Sachen geschenkt zu bekommen. Dann habe ich dann gemerkt, gut, wenn er mich wegen Florencia absetzt, dann brauchen wir da ja nicht mehr spielen. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir ja genauso. Ich hatte mal bei Horizon Zero Dawn hatte ich mal ein Aufruferlebnis sozusagen, um ehrlich zu sein. Das ging mal eine Zeit lang. Das waren aber nur Leute, die mich dann irgendwie sagen, du musst Krypto machen und alles. Oder halt keine Ahnung, das ist eine Video, was glaube ich 5.000 oder 6.000 Aufrufe hatte. Das hatte vielleicht 10 Kommentare von irgendwelchen komischen Sachen. Oh, das Spiel ich gehe jetzt in den Wald und umarmen einen Baum. War bestimmt irgend so eine Aktivistengruppe oder so. Oder irgendwelche Troller. Aber, ja, dann ist das halt so. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, und früher hat mich das halt doch schon mehr mitgenommen als es sollte. Wobei es mich heute tatsächlich kaum noch stört. Aber es liegt halt auch an der Lebenssituation. Gerade so, wenn man Ausbildung hat oder wenn man in der Ausbildung ist oder finanziell ein bisschen schwach dasteht, dann kompensieren besonders schwache Geister, wie ich es damals gewesen bin, ganz gerne mal diesen Erfolg melden sich mit kleineren, um besser darzustehen als irgendwer anders. Und versuchen dann irgendwie da mit auf den Zug aufzuspringen. Intelligent war ich zu der Zeit nicht, war Stroh doof. Ich habe es aber immer so versucht reinzubringen. Ja, war keine einfache Zeit. Würde ich es heute anders da machen, wenn ich mir so selbst die Frage stellen darf? Ja, durchaus. Beziehungsweise definiere mit dem Wissensstand von heute ja. Den Wissensstand von damals weiß ich nicht. ist auch wieder so eine schwierige Sache, die man kaum beantworten kann. So. zum Beispiel wenn ich jetzt immer noch Kontakt mit diesem Herren hätte, würde er mich allein wegen meinem Headset schon versuchen runterzumachen. Ich biete halt bessere Qualität an. Auch die ganze Diskussion die wir hatten wegen dem Rendern. Qualität und alles so äh warum habe ich einen qualitativ besseren Inhalt nur weil ich zwei Stunden Aufnahme noch mal fünf Stunden durch den Renderer jagen muss obwohl es technisch keinen Sinn ergibt sind dann halt Menschen die sich einmal einen Impfvostand angeeignet haben und diesen nicht ändern wollen früher hat man das gemacht ja da waren die programme aber noch nicht so weit wie heute dann hat man sich halt an Gronkh orientiert weil der das macht musste ich das auch machen so nach dem Leitfaden wenn man merkt okay ein anderes Programm braucht man das macht man gar nicht dann gibt es Leute die sagen okay Technik wandelt sich ich wandle mich mit und es gibt Leute die sagen nö ist mir egal aber im neue Technik immer offen sein aber ich bin ja halt auch der Typ dafür muss auch nicht jeder so ein technischer affin sein wie ich bei uns in der Gruppe also in meinem Team sind wir glaube ich drei oder vier Leute die zocken der Rest hat damit gar nichts was gar nichts zu tun aber was IT betrifft stellen nämlich halt ultra in den Schatten weil die es schon jahrelang machen und so muss man natürlich halt auch irgendwann sehen okay man macht Sinn Nutella lief tatsächlich wesentlich besser als dieser Kack Käse der Löwens ein zieht oh mein Gott mein erstes Nutella Sandwich Geil Ich bin noch in der Aufnahme das bedeutet YouTube ihr hört das auch alle das ist mir aber auch egal wenn die Wochenende nur nicht so kurz werden oh so eine vier Tage Woche wäre geil Nö kein Bock da muss ich mich selbst nochmal angucken mir das alles rausziehen ich meine mit Avidemos ist es relativ simpel durchaus ich muss ja die Part sowieso kleine Stücke schneiden aber ich bin da zu faul für früher habe ich das mal gemacht da habe ich mir Skripts geschrieben und allem drum und dran aber wenn das wenn das wenn diese Bemühungen dann nicht zu Erfolg führen dann muss man auch irgendwann mal sagen dann lass ich sein und mach das nur noch als Hobby und dafür ich sag es mal so wenn ich hätte groß rauskommen sollen was das angeht wäre das schon längst passiert da das aber schon seit Jahren nicht der Fall ist und ich immer noch auf derselben Stelle Herr Dümpel mit meinen wieviel sind es gut bei Resident Evil sind es jetzt sechs aber mit wem habe ich denn schon großartig regelmäßig Kontakt Nakai Dustin Yuna Nino guckt ab und zu mal rein da will ich auch nicht mehr als nur ein kleines Hobby draus machen ist einfach nur ein einsamen Samstagabend frisst liegt aber nicht daran dass ich die nicht mag die wenn ihr dazu guckt im Gegenteil ich mag die sogar sehr und ich bin auch dankbar dass die regelmäßig kommen und ich finde es auch super dass wir da eine gute Präsentator zu Zuschauerbeziehungen aufbauen konnten jedoch um da professionelle Clips draus zu machen diese aufzuschmücken a la PewDiePie Style oder was weiß ich mit diesem ganzen Klimpim drumherum ist halt Quatsch hat man ja bei mir zwischendurch auch mal gesehen als ich dieses Willkommensding hatte mit diesem Hintergrund und Kamera und Apple gedöhnt wo dann der Dingsbums drin ist so ja machen ist das einfach aber es ist halt es ist halt Quatsch ja so ein riesiges Layout wo überall Bling Bling ist da brauchst du das brauchst du wegen fünf oder zehn Zuschauern nicht machen zumal bei den Zuschauern bei denen ich halt nachfrage den ist das halt meistens scheißegal und jetzt so sehr so kleine Streamer oder damals auch Florenzianer die dann angefangen haben zu streamen weil wegen mir und Seldri keine Ahnung ich weiß auch nicht ob das gelogen war oder nicht weiß man ja bei manchen bei solchen Communities nicht die das dann riesig aufgebaut haben hat es halt auch nichts gebracht und dementsprechend ist immer so ein bisschen schwierig ob das Sinn ergibt oder nicht zudem die Leute die Twitch schauen schauen auch in der Regel kein YouTube also nicht in der Regel aber ich habe vielleicht von denen von denen ich mich erinnern kann ist Justin der Einzige der hat auch noch das ein oder andere Projekt auf YouTube guckt aber ansonsten Juna guckt kein YouTube du guckst kein YouTube der Kai auch nicht seitdem ich streame also von daher ich habe auch nicht das Gefühl dass es euch interessieren würde wenn ich jetzt hier überall leuchtend blinkend irgendwelche Emojis Supports und Dingsbums reinsetze diesbezüglich bleibt es für mich ein ganz kleines minimales Hobby obwohl ich auf der anderen Stelle zugeben muss ich habe für dieses in Klammern Hobby doch mehr Geld ausgeben als ich sollte viel zu viel ich wäre mit meinem alten Rechner und der 1060 wunderbar zufrieden wahrscheinlich wenn ich das Streaming nicht hätte und jetzt ist mir eine 360 teilweise zu schwach aber nur weil OBS rumspinnt kannst du mal sehen jetzt will ich mir eine 4070 für 650 Euro holen nur damit ich wieder in 60 FPS aufnehmen kann oder es versuchen kann ich weiß ja nicht ob es eine Grafikkartenfehler ist oder nicht da hat sie schon längst nicht rentiert auf der anderen Seite ist was das angeht bin ich sowieso komplett krank im Kopf ich meine ich habe mir zweimal Hogwarts Legacy hoch zum Vollpreis einmal für 55 Euro die Deluxe Edition auf Steam bei dem Keyseller und einmal die PS5 Version für 60 Euro oder 70 tatsächlich ne 60 nur damit ich das nur weil erstens das Spiel bei mir am Rechner mit Aufnahme insgesamt ständig abkackt und mit das Game ich das unbedingt mit Let's Playen wollte so jetzt habe ich vielleicht 30% vom Spiel hinter mir und habe seit einigen Monaten kein Let's Play Video daraus mehr gemacht wenn ich es nicht selbst für den ganzen für das ganze Geld was das kostet arbeiten gehen würde dann hätte ich sogar ein richtig schlechtes Gewissen so ist es einfach nur Dummheit bei den Switch Spielen zum Beispiel ja das war auch wieder so eine Sache das war eher so ein glücklicher Zufall muss ich gestehen weil eigentlich hat mich die Switch ja auch nicht interessiert aber von Stream und Capture Card wollte ich mir eigentlich mal eine holen und das Thema Capture Card habe ich auch nur durch den Stream kennengelernt weil ansonsten brauchst du das ja nicht weil ich ja umgekehrt früher meine Gangtipp anschließen wollte dann wollte ich mit Justin zusammen mal wieder eine Runde Pokémon spielen deswegen habe ich mir dann eine Switch geholt mit Pearl in allem Drum und Dran auch über den Stream weil so weit keine Ahnung wäre der Jan mir mit Breath of the Wild auf den Sack gegangen aber eigentlich spiele ich das Spiel kaum und ja was soll ich sagen war halt in dem Sinne doch ein glücklicher Zufall weil ich mit der Switch doch mehr Spaß habe als ich zunächst gedacht habe jetzt ist es der Rechner die Konsole die am meisten frisst an Lebenszeit beziehungsweise auch an Wartezeit killt tatsächlich im Waschsalon wenn ich jetzt 40 Minuten warten muss mach ich mir Story of Seasons an Mario Kart Pokémon und bei meiner vorherigen Stelle musste ich auch 40 Minuten im Zug fahren die Switch war da jetzt sind es nur 20 Minuten sie ist jetzt trotzdem da Story of Seasons A Wonderful Life habe ich übrigens durchgespielt da bin ich jetzt im Jenseits angelangt Kapitel Jenseits das bedeutet mein Charakter ist intern offiziell gestorben aber da gibt es auch einen Himmel um die Enzyklopädie zu vervollständigen ansonsten viele Spiele sind als vier die wollte ich antesten habe sie für günstiges Geld bekommen mal gucken was bei rausgekommen ist das meiste war Trash Bayonetta war so ein Herzensprojekt keine Ahnung warum ich Splatoon 3 gekauft habe ich mag die Inklings ich mag die Musik ja ich habe nicht ein Spiel von denen gespielt dieses Spiel dieses hier Splatoon 3 habe ich mir gekauft zum Release am 9. September letzten Jahres glaube ich also wirklich an dem Tag an dem es rauskam ja doch ich habe sogar noch das Datum im Kopf habe ich ein bisschen drüber gefreut es gekauft ich habe dieses Spiel einmal aus der Verpackung genommen um es auf der Switch zu installieren danach habe ich nur die Hülle angefasst das muss man sich mal so innerlich ein bisschen vorstellen was für ein Müll auf Joe hätte ich auch sparen können hätte ich es irgendwo gebraucht kaufen können wenn ich gewusst hätte dass ich nach dem Jahr immer noch nicht spiele naja auf Bayonetta habe ich mich tatsächlich gefreut ich war fand es auch nicht ähm habe es auch nicht bereut dass ich es zweimal gespielt habe einmal im Stream und dann nochmal mit Aufnahme als wir die Bayonetta ähm dieses dieses Bayonetta Straße da gefahren sind mit 1, 2 und 3 diesen naja Marathon war es jetzt nicht unbedingt aber dieses dieses Projekt Hi Hino schön dass du da bist ich laudere gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen Monster Hunter hat das gleiche Problem in meinen Augen bis jetzt gehabt wie die anderen meisten neuen MMORPGs die Rollenspiele ich habe das Gefühl das ballert sich am Anfang mit extrem vielen Möglichkeiten zu lass mich doch einfach mal machen aber vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance der Daniel kann die nächsten Wochen enden eh nicht Leute Monster Hunter Ultimate klickt doch ein bisschen bei mir Super Mario Odyssey habe ich mit Daniel auch nur 1-2 Stunden gespielt wollte ich eigentlich auch schon mal die ganze Zeit zocken habe ich mir auch es war für 60 Euro angepriesen ich habe es mir aber für 50 gekauft war der alte 50 Euro Preis noch im System drin ansonsten ich müsste eigentlich mal meine Spiele ausräumen ich müsste die Kamera an sich ein bisschen größer machen so ein bisschen aus dem Tisch drauf und dann müssten wir mal gucken ob ich zu den Spielen eine Geschichte habe oder ob es Müllspiele sind es wäre eigentlich immer so ein schöner Unterhaltungsabend wo man mal mit seinen Zuschauern ein bisschen Deep sein werden könnte indem man mal halt nicht ums wo es halt mal nicht ums Gaming geht sondern einfach mal so ein bisschen ja ein bisschen Smart Talk ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern finde ich persönlich halt auch immer ganz schön wenn ich so Streamer habe die ich ganz gerne gucke wenn die mal ab und zu mal so persönliche Videos machen müssen jetzt keine ultra persönlichen Videos sein wie der Lenny das beim letzten Mal gemacht hatte wo er dann von einem interessanten Erlebnis berichtet hat und sehr emotional wurde sowas auf Video sowas interessiert mich halt bei Video nicht aber einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen aus hier das Spiel habe ich mir dann geholt das verbinde ich damit oder verbinde nicht damit mal gucken was habe ich jetzt für Streaming ausgegeben wie viel Geld habe ich für Streaming heraus herausgeblasen sozusagen so ein Let's Talk einfach mal so ein bisschen miteinander sprechen vielleicht auch mal die Lobby aufmachen für Leute die Bock haben ihren Senf dazu zu geben so eine kleine Podcastrunde wo man dann auch berichten kann dann würde man sich vielleicht ein paar Fragen überlegen oder ich mir wo ich dann als Moderator mitdiene und Erzähler wo ich dann die Leute fragen würde hier bei welchem Spiel welche Spiele habt ihr euch zum Beispiel gekauft na vielleicht auch können wir eigentlich gerade mal jetzt machen welche Spiele würde mich mal interessieren welche Spiele habt ihr euch gekauft und habt ihr so wenig gespielt dass ihr sagen würdet war es nicht wert ihr seid aber also ihr seid trotzdem froh dass ihr sie habt ja aber gibt es irgendein Spiel wo ihr sagt da habe ich Geld reingesteckt da habe ich Geld bezahlt und es hat mich ich habe so wenig gespielt dass es nicht mal die Zeit wert war also die ja zum Beispiel ein 10 Euro Spiel wenn ich da mit Leuten zwei Stunden Spaß habe war es für mich das wert als Beispiel aber für mich zum Beispiel andere Leute sehen das natürlich anders das ist ja okay aber das würde mich mal interessieren ich glaube hier war zu viel wenig Bitterlemon drin meiner Zunge geht es wieder gut aber dieses Bitterlemon Sirup alter Schwede hier siehst du schon hier siehst du den Zucker schon runterlaufen ähm nicht pur trinken ich habe drei Tropfen meine Zunge benetzen lassen und bereue es oder habe es bereut aber der Sodass für mich super ich habe diese Woche wesentlich weniger Geld ausgegeben als vorher weil ich mir nicht so viel Süßkramsachen geholt habe Eistee Kohle und so einen Scheiß habe wesentlich auch wesentlich mehr Wasser getrunken klappt halt nur nicht auf der Arbeit weil da hole ich mir immer noch diese süß Getränke zumindest eins zum Mittag tagsüber hole ich mir einfach Flasche Apfelsaft oder so am Mitarbeiter Kiosk und mische das mit Wasser solange es da noch Hitzewasser gibt so muss mal was gucken September 30. September ist ein Samstag Tag so genug gequatscht wenn ihr mal so Let's Talk machen wollt sagt gerne Bescheid sagt dann einfach Hey lass einfach mal Let's Talk machen gucken was du für Spiele hast die ich zeigen darf okay es gibt auch Spiele die ich nicht zeigen darf hinterfragt es einfach nicht gibt eine Kategorie an Steam Spielen die es nicht mehr gibt die ich mir damals geholt habe die den Steam Account entweder aufwerten oder abwerten macht euch selbst ein Bild warum es wundert mich gar nicht dass du solche Spiele hast die du nicht zeigen darfst ja ach es gab früher Momente wo ich schwach war okay obwohl auf der anderen Seite ist es eigentlich komisch dass ich diese Spiele nicht zeigen darf wenn du mal bedenkst wie Twitch sich gewandelt hat bei diesen Whirlpool oder Eagle Streams gibt doch hier bestimmt wieder ein Fight das was 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 Abandono. 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Ja, aber treibt doch mal gleich. Ja, genau. Als würdest du mich sehen. Und die Geräusche, die dieser Bixer da hinten macht, interessieren dich mal gar nicht, ne? Darf ich auch mal nachladen, ihr maledeiten Knödel? Alter! Ja! Ja! Das war's. Wer weiß, was die alles noch wollen. Ich glaube, die wollen nicht nur das Körper. So, Pistolen-Munition, Flinten-Munition brauchst du dringend. So, hier gibt es aber noch was. Ah, habe ich schon eingesammelt. Nee, habe ich nicht. Wie geht's, wie geht's, wie steht's bei dir, Hino? Alles gut. Sukupus selbst war an sich kein schlechtes Spiel. Es war ein schönes, blutiges Geschnetzel mit ein bisschen Sex-Szenen zwischendurch, ja. Also dementsprechend schlecht fand ich das jetzt persönlich nicht. Muss ich gestehen. Allerdings waren die Abtreibungs-Minispiele mir dann persönlich doch zu viel. Wo ich sagen muss, okay, das muss dann doch nicht sein. Also, ich mache mich jetzt schon. Jetzt bin ich jetzt mal. Was ist zum Geier? Darf ich jetzt mal ein bisschen Ruhe haben? Das sieht für mich so aus, als müsste ich hier irgendwann fliehen. Ich heile mich jetzt noch nicht voll. Ich will einfach mal ein bisschen abwarten. Sieht für mich aus, als könnte man da irgendwie hoch. Na gut, gehen wir mal weiter. Jo. Ich weiß nicht, wie weit wir durch sind. Weil, wie gesagt, es gibt ein Achievement, wenn man das Spiel innerhalb von zwei Stunden durchspielt. Und wir sind da schon sechs Stunden dran. Mit Smalltalk und Toilettengängen und hast du nicht gesehen und allem drum und dran, klar. Du wieder? na passt doch ja schon wieder was hat er denn jetzt schon wieder vor kunde muss schon mal ein bisschen krach machen ich weiß nicht ob man es hört gar nicht so laut was das muss ich eigentlich nur noch eine restliche das mit wasser auffüllen und dann ist doch eigentlich ach super du hast was neues für mich halt doch mal dein maulu penner lass mich doch mal in rom eine scheiße verkaufen immer noch nicht genug kohle so wunderbar man hat ja ein ganz schön platzmangel wenn ich diese mal so sagen darf so Dann mache ich hier halt die Muni hin. So. Wollen wir mal speichern. Zum Glück gibt es hier eine Aufbewahrung, wie auch immer das funktioniert. So, warte mal. 5000 da. Damit der Pfannische eigentlich zufrieden. Schade, dass es keine Brandgranaten gibt. Wenn ich das schon höre, möchte ich aufstehen und gehen. Ich will wieder Harvest Moon spielen. Ich brauche das Ding anziehen. Den haben sie doch nur eingebracht, weil die Leute den Nemesis cool fanden. Okay. Komm schon jetzt! Das Spot wird das. Was ist denn das nicht, der schmettert hat? Dass uns das nicht getroffen hat? Dieses Vieh ist das also. War eine schöne... Du klammerst mir zu sehr. Könnte was von Yuna kommen. Au. Alter, hau ab mit dir Tentakeln. Damit kommst du bei Mädels nie durch. Sorry. Ich weiß das. Vertrau mir. Ow. Ich hab doch nichts zum Heilen. Ich hab doch nichts zum Heilen. Das ist mein Interesse. You're not even trying. Ich habe doch Ausweichen gedrückt. Ich glaube, der Grund, warum ich nicht glaube, dass wir den besiegt haben, ist, weil es noch kein Achievement gab. Wenn der jetzt noch eine zweite... Es war so klar. Oh, not exactly what I expected. Au! Oh, leck mir doch die Fotze wund, du waschlappender Fickfotzen, Hannes. Ich... Au! Ach nee, nicht so eine... Du wolltest doch näher. Darfst du ja nicht rumrollen, wenn die Ada jetzt sich beim Wort nimmt, mein Freund. Oh, mein Freund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na komm Mich krabbelt es jetzt noch Na dann Na dann Oh, oh, oh. Luis, ich habe Parasiten ausgekotzt. Ich glaube, Ada hat einfach den Überkörper. Die macht einfach... Ja, Corona, Ada... Vorbei. Eine elegante alte Haarspange lässt sich sicher verkaufen. Oh, yeah. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ne? Dieser Schwanz ist widerlich. So, wie komme ich jetzt wieder hier fort? Da. Also Munition geht tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, es ist hier noch nicht mehr. Ich glaube, es ist hier noch nicht mehr. Was are you saying? I'm grateful. Like I said, I'm just your good old samaritan. How about you help me out when I'm gone, eh? Speaking of... Sounds like she needs me. Leer up! On! Das war's mit Luis. Doch, hier raus mache ich mal eine Blendgranate für den Fall, dass ich mal eine brauchen sollte. Also, wir stehen ganz gut da. Könnt ihr euch noch an den Ada-Abschnitt aus Risen, die wir 6 erinnern, wo wir die ganze Zeit nur durch Rohren gekrochen sind und 80% des Bildschirms nur Adas Ass war? So sind wir die ganze Zeit rumgekrabbelt. Ich meine, wenn wir hier die ganze Zeit muskulöse, halbnackte Mutanten haben, äh, für die Damen, müssen wir auch was für die Jungs haben. Dieser Abschied muss warten. Bei aller Liebe, aber auch als Dame mit solchen Stöckelschuhen würde ich nicht auf eine Mission gehen, wo Infizierte auf mich warten und abschlachten wollen. Also, da würde ich normale Schuhe anziehen oder Stifletten oder sowas. Du bist nicht weg. Du bist tot, das bedeutet, wir wissen nicht, was es damit auf sich hat, dass wir die Parasiten ausgekotzt haben. Leon, es ist nur Zeit, das zu sagen, also hör auf. Sie haben deinen Freund zu der Topf der Klocktower. Wenn du es schnellst, kannst du da hin, bevor sie sich in einer von ihnen verhängt. Ah, also du bist nicht hartlos, nachher. Oh, ich glaube, ich sollte mich dankbar sein. Ja, du sollst. Ja, das stimmt. Boah. Jetzt, zurück zum Browser. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Ich habe da nicht mehr. Und jetzt, Ich kann die bei mir noch Jeśli sagen, dass der Klocken aus mir ja noch nicht für dich ist. Also glaube ich, dass der K的时候 auch noch nicht verhängt. dass der K S. schützt, dass der Kott kanske nicht, dass der Kopp noch nicht mehr, dass der Kopp noch nicht mehr, dass der Kopp gekaufst ist. Also, dass der Kopp das nicht mehr, dass der Kopp, dann alles auch nicht mehr, dass der Kopp noch nicht mehr moundkomen ist. Ach, das war so ein. Die Frage ist, warum kann er hier? Eine Trittbrett-Ada. Ah, die hängt da nur ein bisschen rum. Genießt die Aussicht, die Kleine. Guck mal, die hat's versucht. Alter, voll die Schwengelbeine, ey. Füße, meine ich. Ich hab eigentlich keine Lust auf den Kampf gegen Crozer. Der ist nämlich scheiße schnell, dieser Schwanz. Durch. Durch. Also mir schicken sie jetzt nur noch so Einzelkämpfer tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich Crozer gleich besiegen muss. Geh, 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 Geh. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Ich bin schon gerannt. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich es verkackt habe. Oder es soll hier nicht lang. Komm, da war aber noch mehr als genug Platz. Eigentlich müssten wir auch noch mal Resident Evil 5 spielen. Aber den Zui will ja nicht. Mein bester Bruder hat mich einfach mal auf... Wie habe ich Resident Evil 5 gesehen? Hier verstecken sich ganz drei von den Dingern. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es geht einen langen Weg. Du siehst. Du bist nicht willkommen. Nächste Zeit dann. Ah, das biosymmetrische Zielfernrohr würde ich gerne. Das war... Laservisiv war falsch. Ich brauche noch ein Messerchen. Ich würde aber mein Messer mal wieder reparieren. Jetzt geht es mit der Pistole, äh mit dem Messer tatsächlich. Jetzt wo das ein bisschen ordentlich Damage macht und... Und dann geht's los auch auf dem Messerchen. Und dann geht es mit dem Messerchen. Geht es nicht mehr, wenn es nicht mehr kann. Geht es nicht mehr, wenn es nicht mehr... Alter, warum... Au! Okay, Leon ist hier langgekommen. Sprengpfeile, das ist soweit okay. Sprengpfeile, das ist soweit. Sprengpfeile, das ist soweit. Sprengpfeile, das ist soweit. Sprengpfeile, das ist soweit. So, Ruhe im Karton. So, lief doch besser als gedacht tatsächlich. So kriegen die Blendgranaten auch endlich mal wieder einen Sinn. Man muss ja nicht alles mit Pistolen lösen. Na toll. Achtung. Wo kamen diese Lappen denn jetzt her? So. 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 So, rot und... Der hat viel Schaden gefressen. Viel zu viel, um ehrlich zu sein. Der einzige Grund, warum das mit dem Messer jetzt geklappt hat, war... ...weil ich Zelt benutzt hab. Ja, ja, trink dein Radler. Hab ich schon verstanden. Mein Messer ist kaputt. So, ei, ei, ei. Ich hoffe, es wird so langsam Zeit, hier was zu schlucken. Und ich sollte vielleicht besser mehr mit der... ...ja, schlucken hat er gesagt. Entschuldigung. Ähm, kurz pullern. So, ich glaube, es wird so langsam Zeit. Okay. So, ich habe jetzt hier... ...wähne, ich... ...wähne. Ich habe noch einmal einen R-dausch, aber... ...hänen, also... ...hänen. So, ich habe hier... ...hänen... ...hänen. So, ich habe hier... ...hänen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da bin ich auch wieder, ich mach kurz Fenster mal auf, ein bisschen Luft reinlassen Tatsächlich So Also ich seh nicht schlecht aus Aber ich seh trotzdem beschissen So Da muss ich also Krauser folgen. Ja, da muss ich auch. like report krauser hat possession of the amber you continue to disappoint me i'll have it back before long Ich sage, dass du das machst. Die Mission muss weitergehen. Entstanden. Ich muss den Klienten glücklich sein. Ja, hat wahrscheinlich gerade eben Aufbewahrung. Ich muss dringend zum Händler machen. Ich habe ein Küchenmesser gefunden. Warte mal, kann ich mit dem gebrauchten Küchenmesser was herstellen? Oh, das wäre... Das ist cool. Ja. Eine Taschenuhr. In der Fackel. Ich hinterfrag das mal nicht. Im Original war das immer ganz cool, weil die Ada da eine Armbrust hatte. Und teilweise konntest du die Pfeile halt recyceln. Da war eine Menge drin. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon... Haha, mein Herz. Ich habe gedacht, die hätten uns jetzt einen Tiger oder sowas auf dem Alz geätzt. Hahaha. Oh mein Gott. Habe ich mir gerade ins Höschen gemacht. Ich habe aber aus irgendeinem Grund ein neues Messer. Natürlich liegen die da. Im Original fragt ihr WannaRide. Hör... Ah, wir könnten langsam zum Endspurt kommen. Wie soll man das Spiel denn in zwei Stunden schaffen? Das ist ein Speedrunner. Ne. Ist nichts für mich. Du hast, wie du etwas gesagt hast. Ich habe etwas zu fragen. Aber ich glaube, ich werde nicht eine straight Antwort. Das heißt Leon Scott und nicht Leon S. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. The story of my life. Denk dir so viel drüber nach, hübscher. Hey, die hatte ich hübscher genannt, Leon. Da kannst du jetzt erstmal... Erst will die Ashley, die sie zu ihrem Personenschutz haben. Ja, Personenschutz. Ich meine, naja, komm schon. Wir wissen alle, was das bedeutet. Und jetzt gibt die Ada auch noch Kosenamen. Not yet. Ich glaube, es wird genug sein. Warum macht der Wesker da nix? Er könnte da... Der ist aber jetzt schon der Supertyp. Also zumindest von den ganzen Viren, die er sich reingeballert hat. Dann müsste doch mit Krauser echt... Es muss ein echtes Mutanten-Battle geben. Sowas finde ich halt immer geil. Aber nein. Was denn für eine Akte? Bis zum nächsten Mal. Mein Messer ist immer noch kaputt. Mein Messer... Ah ja, ich habe ja noch ein Küchenmesser. Muss erstmal ausreichen, solange ich da bin. Das nur, um einen Schatz zu verstecken, da passiert doch gleich was. Das erinnert mich so ein bisschen an... Ihr werdet mich dafür hassen, für die Aussage. Aber ich hätte tatsächlich noch mal Bock auf eine Runde Dead Island 2. Ich weiß nicht, warum euch das Spiel nicht gefallen hat. Also mir hat es mega gefallen. Irgendwie. Ich weiß nur nicht warum. Irgendwie lächelt mich das Spiel nicht wirklich los. Ich bin tatsächlich noch mal froh, zurückgekehrt zu sein. Sonst wäre mir dieser Loot hier... äh... entgangen. Wie fandet ihr eigentlich den Island 2? Beziehungsweise, das können wir in der Let's Talk Runde tatsächlich machen. Äh, Dead Island 2. Davon spreche ich gerade. Diesem Zombie-Schlachter. Farb... Okay. Lass uns digits, die nicht verliehen. Okay. Lass uns. Wenn ich K116. Dass ich es wirklich nicht Additionally. Die Le constitu. Ich weiß jetzt nicht. Ich 바�e, die Leitungwork. Also Syncwes zusammen. Ich versuche diese Leitone. Wie quedáp ich dir ket. Lasst Saud tas. Und jetztiyplane. Ich versuche diese Leitende household. Ich versuche das hier nicht hin! Die Leitungen, werth qüter wird Anton. Das pürensat. Ja. Alter, scheiß da auf die Probe. Nimm hier von. Hey, FXX. Oder Fox. Ich hab keine Ahnung. Aber Hallöchen. Ah, okay. So, warte mal. Was können wir denn machen? Ich spiele auf leicht. Ich bin eine Muschi. Ich spiele auf einfach. Weil ich beim ersten Mal bei dem Gigant... Der erste Gigant hat mich... Ich hab mich gesoftlockt, okay. Der erste El Gigante war... Ich war da mit so wenig Munition... Dass ich nichts mehr machen konnte. Und dann ging's für mich nur noch auf leicht weiter. Auf schwer hat er zu viel gefressen. Ich find's halt schade, dass sie das... Rausgenommen haben... Dass man halt Dingsbums macht. Hättest du ja die Schreibmaschine laden können. Ist egal. Ich war da schon auf wenig Munition. Egal wie ich's gemacht hab. Ich hab's... Ich hab's fünf oder sechs Mal probiert. Und selbst auf leicht hatte ich meine Probleme mit dem. Ich war bei der Schreibmaschine schon mit... Ich war bei der Schreibmaschine schon mit... Äh... Ich war bei der Schreibmaschine schon mit kaputtem Messer. Ich war bei der Schreibmaschine. 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 Ich habe schon den perfekten Koffer. Ja, dafür bin ich zu alt. Oh, der muss auch mit drei gemacht haben, weil durchgespielt wird. Oh, der geile Hengst hier. Ja, aber bin ich tatsächlich viel zu alt. Dieses Ding würde sich so verbiegen. Oh. 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 Au. Huren. Ficker. Ja, natürlich. Was ist das mit dem bluten Bug? Hält sich die Grenzen. In meinen Augen. Ich fand das Original besser. Die Grenzen. Die Grenzen. Ver extracte im. 되어 zu machen. Die Grenzen. Diese Grenzen. Ich werde das. W других. Ich werde das. Oh, leck mir doch! Zwei von diesen Huren! Oh, leck mir doch! Oh, leck mir doch! Na klar kann man durch die eigenen Granaten sterben. Diese Schwanz-Komm-Mitarbeiter hätten ja dann Humanität. Das ist ein bisschen viel. Oh, leck mir doch! Oh, leck mir doch! Das mit dem Kontern hat schon mal versagt. Oh, leck mir doch! 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 Das Problem ist, dass es mir nicht schnell genug geht! Und die Bewegungen sind nicht zu... Ja, für perfekte Gameplay brauchst du gar nicht... Ich bin einfach nicht mehr in dem Alter. So, Bro, du kannst kontern! Das weiß ich, aber irgendwie geht das mit R1, aber das dauert mir zu lange. Bis sie soweit ist. Das geht nicht knackig genug. Du musst dich viel mehr bewegen und nicht die ganze Zeit rumstehen. Ist ja normal, dass du dann immer getroffen wirst. Und das Parieren bzw. Konter ist einer der Hauptmechaniken. Also, wenn man das nicht kann, ist man sowieso gearrscht. Ja, dann ist das halt so. Muss ich durch. Dann ist das vielleicht... Wenn das wirklich nur eine Millisekunde dauert, bin ich zu langsam dafür. Ich habe das bei Dingsbums hinbekommen. Dark Souls 1, aber 2 und 3 war dann schon mein Nemesis. Das ist ja schon so schnell. Das ist ja schon so schnell. Wir haben die Medizin im Moment gerade genommen. Kannst du dich an das? Wo ist Luis? Wo ist Luis? Ich habe eine Worte über dich. Bis zum Ende. Komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Lass uns diese Dinge wegnehmen. Für Luis. Konter sollte in meinen Augen niemals ausschlaggebend sein für ein Spiel. Sollte immer nice to have sein. Und wenn du es kannst, ist es super. Aber... Aber nur Dark Souls 1, okay? Seine wichtig sind unsere Haus und ihre Sanctuary auf der Oberfläche. Das ist, wo ich bin. In der Encyclopedia. Glück, zu helfen. Jetzt verdient du mir. Nicht sterben auf mich jetzt. Das ergibt gar keinen Sinn. Wieso sollte man das nicht als wichtige Gameplay-Mechanik machen? Ja, wenn das halt jemand nicht hinkriegt, egal warum, egal weswegen, dann ist er halt gefickt im Spiel schon von vornherein. Das ist ja schon geplant. Das ist ja dann schon... Finde ich persönlich dann ein bisschen too much. Deine Weapons sind in guten Hand, mate. Ich sehe dich richtig. Denke ich zumindest. Aber ich bin da sowieso eher... Der Freundliche, tatsächlich. Oh, ich muss aber ganz kurz Pipi machen. Ah, jei, jei. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie trinke ich nicht ins... Andere Leute müssen sich wegerstellen, damit sie den Streams trinken. Und ich bin die ganze Zeit am durch... Bin sozusagen die ganze Zeit so ein... Wasserdurchläufer. Und ich bin da. 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 und ich bin da auch nicht jeden Angriff, parieren. Das wäre dann viel zu einfach. Ja, gebe ich dir recht. Ich will das nur durchspielen und dann welches Spiel я eh vergessen. So, Schmuckkäufe. Hab gehört, Schmuckkäufe sind jetzt wieder innen. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie mit, wenn man sich paarweise ansteckt. Glaubst du, du könntest mir zwei besorgen? Ah, die interessieren mich eigentlich relativ wenig. Ich muss diese öffnen, um zu der KOMS-Fazilie zu kommen. Es braucht aber ein bisschen Kraft. Das sollte also passen. Nur wie komme ich ins Gefrierhaus ohne, ohne dass ich dabei draufgehe? Denk nach, nicht aufgeben. Denk an deine Familie. Du schaffst das für sie. Glaub an dich. Na super. Die ganze Zeit irgendwie immer so am Zahnfleisch gehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil Zero. Lass mich raten, hier brauche ich das Info-Bio-Sende. Hier brauche ich das hier wahrscheinlich. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Oh nein. Ich mag den nicht. Den mag ich im Vierertal schon nicht. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange der Parasit in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Ich habe teilweise seinen Körper mit einem biosensorischen Ziehenrohr verobachtet und konnte mich davon überzeugen, dass der Parasit für den Wirt wie eine Art lebenswichtiger Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Die neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voller Bewunderung die Hand schütteln wollen. Ich habe die überheblichen Flachpfeife auf der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in seinen Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryptotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. So, gibt es hier noch irgendwas? Ne, ne? Sieht alles so weit. Super. Das nehmen wir mal. Warum nicht? Ach, Mann. Ich habe mich nicht. Ich höre doch da schon wieder so ein komisches Rache- äh, Rächeln. Jupp. Auch wenn der jetzt einfach war, ich bin bei denen einfach immer in Panik. Ich mag die echt nicht. Ich mag die einfach nicht. Gut, ich... Ja, ich weiß. Ey, da. 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 Oh Mann. So, 12 Mal Schiefspulver. Ich weiß, wer hier rauskam. Ich weiß, wer hier rauskommt. Oh Mann. Ich weiß, wer hier rauskommt. Der macht was her. Okay. 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 Ich bin so froh, dass ich in diese Munition gesteckt habe. Okay. 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 Ich müsste mal mit einem Sprengfall die Dinge echt gut hinkriegen. Okay. 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 komischer Goldbarren, aber immerhin, das ist ein Goldbarren. Wird keiner nachfragen. Wird keiner nachfragen. So, Schmuckkäfer. So, verkaufen. Komm, dann haben wir's fertig. Schwierig, tatsächlich. Schmuck. Wir sind jetzt an der Idee, dein Liefer, Freund. Da, du bist. Als du zurückkommst, irgendwann. Ich find's halt auch komisch, dass das Nachladen halt nicht mehr so geil ist wie im Original. Aber das hab ich schon mehrfach bemängelt. Also, dementsprechend. Und ich werd's weiter bemängeln. Find ich ein bisschen abstoßend. Nicht abstoßend, aber abturnend tatsächlich. Leeres Magazin, holst dir eine neue Magazin-Größe und dann BÄM. Ich werd's einfach hier außen lang gehen. Das wird doch mal wieder ein schöner Spaß hier. Ist das die Eder, die so schnauft oder was zum Geier schnauft da? Super. Not exactly covert, aber es wird zu tun. Die Errichtung der hochempfindlichen Antenne auf der Nachbarinsel ist abgeschlossen. Sie wird es uns endlich ermöglichen, Aktivitäten feindlicher Organisation inklusive der US-Geheimdienste abzuhören und zu überwachen. Jetzt haben wir unsere Ohren überall. Zunächst werden wir damit Informationen sammeln, die über den Tag der Entführung relevant sind und einen Plan ausarbeiten. Unsere Erfolgsaussichten sind besser denn je. Wir werden der ganze Welt zeigen, wie ineffektiv löchrig und überholt das Sicherheitsnetz unseres Staates ist. Let's check Krauser. So. 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 Oh, sag mal, bin ich noch zu blöd zum Zielen oder was? Was? Yo. Ach, leck mich doch mit dem Raketenwerfer. Alter, seine Eltern sind auch Geschwister, ey. Warum nicht mit nem Multi-Atombomben-Raketenwerfer, wo man sofort stirbt? Ich bin nicht sicher, aber es hat sich zu tun. Vielen Dank. Schön, dass du mich triffst, aber ich dich nicht. Schön, dass du mich triffst. Ja, fand ich das im Original mit Leon und Ashley angenehmer. Ich müsste doch bald fertig sein, oder? Ah, Crowser und Dingsbums sind noch dran. Wollen wir mal Pipi machen. Ja gut, für die Ada gab es eine Vorlage. Da müssen ja nicht immer alle zwangsmäßig hetzlich gemacht werden. Ja gut. 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 Und mollig und kräftig wird die Ada wahrscheinlich von Natur aus nicht sein, weil es eine Außenagentin ist, die dementsprechend auch trainiert hat. Dementsprechend wird die schon bis zu einem gewissen Grad um einiges aussehen. Schauen wir mal aus. Schauen wir mal aus. Schauen wir mal aus. So. Meine Agenten müssen ja auch zu einem gewissen Grad an Fitness und Tests ablegen. Und wenn man auf seine Ernährung achtet und ständig draußen unterwegs ist, dann wird man heute nicht unsexy. Das einzige, wo man sich drüber streiten könnte, ist die Outfits. So. 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 Ah, ja. Huh? I'm empty. Leck mich doch am Sack, ey. Ah, ja. Ah, ja. So, da müsste doch jetzt eigentlich Ruhe sein und ich kann das Feld da unten in alle Ruhe abgrasen, oder? Ja. Ja, er war ein bisschen schwach. Schwere Granate nehme ich mit. Ja. 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 Oh Mann, du wohnen. Ja, um die Ecke schießen. Och nee, sowas ist doch scheiße. Horizon Zero Dawn hat es mit der knackigen Steuerung am besten gemacht. Eine Resident Evil Steuerung ist für solche Sachen zu knackig, äh zu klobig. Und das Traurige ist, das war schon immer so. Nur so ein Capcom Ding. Traurigerweise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also Leon und Chris Ja das stimmt Resident Evil 8 Chris Ist auch für die Dame Echte Augenweide Nur bei Sagen wir es mal so Justin Um ehrlich zu sein Bei den Female Characters Achten wir Männer halt eher drauf Oh Angre Die war doch noch nicht mal angesteckt. Wo kommt die jetzt schon wieder her? Das war's. Die Zeit sind weg. Der ist weg. Der ist weg. hab da auch keine lust auf diese ganze scheiße hier mal erst mal looten wenn ich das ding hier drehe kommen sie auf einmal sind sie auf einmal eh alle wieder da das hat auch nicht irgendwie ein bisschen willkommen stranger oh what you're buying good luck to you stranger we're starting to get an idea of your tastes you'll get some bang for your buck i guarantee it got a select now go and cause some mayhem so probieren wir es mal wird sowieso verkacken weil ich in sowas nicht gut bin oh ne oh 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 Ich hab verkackt, die jetzt richtig zu killen mit der Schiene dort. Und deswegen Aber hier ist keine Pistolenmunition mehr. Und deswegen Ich mochte die Insel noch nie, tatsächlich. Die Burg war hübsch, das Dorf war super. Aber die Insel hat mir in Resident Evil 4 nie wirklich gefallen, um ehrlich zu sein. Ich werde aber jetzt gut versorgt. Oh, es ist nur ein Ding nach dem anderen heute. Oh, es ist nur ein Ding. Natürlich Muss ja jetzt jeder Gegner so ein Ding haben Muss ja jetzt unbedingt jeder Gegner so ein Teil werden Oh, ich hasse es, munitionsknapp zu werden Kann ich überhaupt nicht leiden Kann ich diese Scheiße da nicht irgendwie Loswerden Oh Hätte ich vielleicht vorher machen sollen Das ist eine einfache Aufgabe tatsächlich Lässt nicht auch irgendwas fallen Jawollinger Naja, nicht viel, aber immerhin besser als nix Ok, das ist ein einfaches Zum Schluss Unruhe ... Wir waren relativ nah beieinander, also Kann sein, dass hier noch eins ist irgendwo in der Nähe Auf jeden Fall scheiß riesig, hat er gesagt Wie soll ich denn das schaffen Wie soll man das schaffen, ohne getroffen zu werden Das war die Die 18 Okay, ich bin die 18 So Oh, nee. So, jetzt kann ich doch mal in Ruhe hier drüber gucken, oder? Habe ich hier wirklich schon alle? Hier sind wir ein bisschen zu gut versteckt. Ach, Mann, ärgert mich schon wieder. Das ist irgendwie... Ich würde eher versuchen, mich da durchzuschlängeln. Einstelle hier was. Zu versuchen. Und jetzt kommen wir noch. Und jetzt kommen wir noch mal. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Vielleicht auf der Reflexion, ne, ne? Was zum Geier? So, da komm ich nicht rein. Hier seh ich auch nix. Natürlich ist der ganze Scheiß gescheitert, weil die Teile einfach besser versteckt werden. Insel. Regenerator, Anweisung A008. Hier gibt's keine Ritzen oder sowas. Ne, das macht sie nicht. Auf Leichen zielt's ja nicht. Versteh ich aber nicht. Was für ein Code man da eingeben muss? Bin ich leicht überfragt. Lol. Unsere Untersuchung des Bernscheins gehen hier auf der Insel weiter. Nach und nach bekommen wir ein klares Bild, aber es gibt immer noch vieles, das wir nicht wissen. Der Bernstein erweist sich als äußerst nützlich. Er ist noch nicht erwacht und doch beeinflusst und stärkt er andere Parasiten. Ich bin überzeugt, dass eben diese Weise die Bindung zwischen den Parasiten und ihren Wirten optimiert wird. In unseren Experimenten können wir dies an ein Testobjekt bestätigen. Das markiert einen deutlichen Schritt nach vorn. Im nächsten Schritt möchte ich als einen Einfluss auf die überlegende Plagas Spezies untersuchen. Allerdings sind alle Wirte dieses speziellen Plaga-Typs Führungspersönlichkeiten innerhalb der Los Illuminados und die würden einer Teilnahme an irgendwelchen Experimenten nie zustimmen. Ich muss da ja vorsichtig vorgehen, wenn ich Freiwillige finden will. Annabelle, Brassi... Ah, die Los Illuminados gab es halt vorher schon. Und die wollte halt den Plagas an denen austechnen. Nein, und Wesker weiß das auch tatsächlich, Mäuschen. Die Wirkung des Bernsteins übertrifft alles, was ich je erwartet hatte. Martinico war ein schwaches, unkontrollierbares Testobjekt, das als deformiert gering geschätzt wurde. Doch nach zahlreichen Versuchen erlangte er enorme Widerstands- und Regenerationsfähigkeiten und ist nun mit Angriffen mit konventionellen Waffen gegenüber unempfindlich. Martinico könnte das sehr klar sein? Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten. Er mag stärker sein, aber sein mentales Leistungsvermögen ist unverändert niedrig. Sollte er aus irgendeinem Grund ausbrechen, sehe ich kaum eine Möglichkeit, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Nur die Hochleistungslaser können ihn dann noch stoppen. Oh nein, das ist wahrscheinlich der vorletzte Boss, der so schwer sein soll. Das war nicht. Oh, das ist nicht funktionierend. Oh, ne, ne, ne Nicht so ne Scheiße Dann macht wenigstens, wenn er schon so eklig ist Dann macht wenigstens keine Oh, ihr kranken Bastard Alter, diese kinderfickenden Missgeburten Wir haben doch echt Einen Arsch offen, lieber Schwanz Komm, ey Das muss nicht sein Ja Ich bleib jetzt hier Ich ernähl mich jetzt von Ratten Nur noch die Hochleistungslaser Och, Mann Ah, ich will das nicht Ich glaube, mein neue Freund war das Ergebnis von einem Experiment Och, Mann Nee Oh Das war doch wieder so ein Ding Das war doch nur, weil sie weil sie wieder so Jetzt müssen wir es natürlich noch aufmachen Ist klar Als würde es nicht ausreichen Och, ne Ich will jetzt schon nicht Der letzte Part Ich will eine Erstattung haben Wie soll mir das scheiß Geld wieder zurückgeben für den Mist Och, ich mag es so scheiße überhaupt nicht, ey Untersuchung des Bernsteins Genio Ja, von mir aus interessiert mich nicht Unbesiegbares Monster Was man überhaupt nicht besiegen kann Hohoho Hatten wir ja schon eine Zwei und Drei Es muss ja unbedingt ja noch hier reingepackt werden Lasers Better watch out Und jetzt dieser abschnitt ist schon wieder so scheiße es fuck this is it now how to connect the device I'm at the site injecting to the main terminal you're going to blow up this entire island including the president's daughter won't that make things harder for you there's no room for half measures the weak exists to serve the strong enough talk bring me the amber I've arranged a way for you to get back to the island copy that on it now okay Luis what was it that you said again you should have known by now whisker I don't always play by your rules okay I'm done here ja der kommt da jetzt her schon klar nur die Hochleistungslaser können was machen habe ich schon mitbekommen aber wo ist gerade im kreis gelaufen muss den ganzen weg wahrscheinlich zurück nicht der noch kann ich bin ich bin nur auf dem aqui ich bin ich bin ich bin ich bin okay das ging best einfach war das stimmt okay hat mir mehr angst gemacht als der eigentliche kampf ich hätte das spiel fast aufgehört gesagt erst mal speichern wie kapitel hat das denn aber bestimmt dass ich den scheiß jetzt durchziehe ich kenne euch doch gerne meine zuschauer ich habe kaum munition willst du mich verarschen ich habe kaum noch nie oh was you're buying ich will buy almost anything i'll buy it at a high price molding a weapon to suit your specific needs so bin ich mal gespannt ich habe ich habe l1 gedrückt so 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 Das war's. 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 Um den Schwierigkeitsgrad draufzulenken, die Mechaniken, die nicht jeder schafft, äh, zum Meistern, naja. Das war's. 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 Okay. 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 Das war's. 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 Okay. Oh Mann, was ne Rotze, ey. Na toll. So, ein bisschen, äh, App Service für Justin. So, kann sie jetzt auf Pause machen. Ey, ihr habt doch keine, ich brauch's gar nicht, ich brauch gar nicht anfangen. Guck dir allein meine, meine... Welcome! What can I interest you here? You get knowledge is power. Remember that, mate? Easy work. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. If you want a fight, it doesn't get any better than that. It's a veritable work of art, mate. Hope to see you again soon. Also, wenn ich jetzt nicht bald Munition bekomme, hab ich ein Problem. I can hardly contain myself. You're really gonna kill me. Okay. Das gefällt mir nicht, aber obwohl, ich kenne es eigentlich. Im Original hast du mehr Munir gefunden. Ich habe immer so einen Munitionsmangel. Weißt du, wie deprimierend das ist? Es macht sowas von keinen Spaß. Woher hat die die Munition? Ich werde so sterben. Den werde ich nicht schaffen. Ich habe zu wenig Munition. Ich werde so einen. Ihr Trial in Tribulation. Tribulation? Du bist derjenige. Kein Weg. Escape! Fret not, for your suffering shall soon be over. Jaaaa! Kann ich auch nicht. Das Spiel sagt nein. Blasphemer. The Avril. Influence. Oh, did that hurt? You little wretch. Da war es nur noch eine halbe. Eine kleine Aida-Line. Die gönnte sich eine salbe. Settler sah das andersrum und machte daraus eine halbe kleine Aida-Line. Lief nicht mehr weit weg. Der Torso war explodiert und das Becken fiel in Dreck. Oh, Glückwunsch zu ihm und die süße Merse, die... Wayward Land, Servant der Heretage-Wolf. Ähm... Wo ist der Findermann? Der muss... ...muss du, äh... ...muss du kontern. Ja, schön, dass man... Ey... Wo ist der Entschwanz kommen, ey? Ich bin wahrscheinlich an einem Spiel jetzt wieder gesoftlockt. Wo mir nichts mehr helfen kann, weil ich einfach viel zu wenig... Oh, Glückwunsch... Wayward Lamb. Servant der Heretage-Wolf. Das wird dein Trial in Tribulation. Tribulation? Du bist derjenige in der Welt. Oh, ich drück... Ich drück... Oh, zum Ausweichen. Das Spiel sagt nein. Nein. Anni-Tick We summoned him! Eeeh shhh Shinji Mikami. Kleiner Tochtervergewaltiger, ey. War das wohl cool, hä? Schwanzmardender Wichslappen. War bestimmt auch wieder so eine Arschgeburt. Kurz vorm Runterspülen hat man gemerkt, die Kackwurst bewegt sich noch. Dann hat die Mama das kurz vorm Sterbetag, hat sie gesagt, ja, du solltest eigentlich eine Kackwurst werden. Animationen sind viel zu lange. Ich hab doch Ausweichen gedrückt, du Schwanzfickner Wichslappen, ey. Deine Mama bläst in alle Pimmel und du findest es geil. Suffering shall soon be over. Pray. Repent. Insolent. Ah! 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 Bringt natürlich nix. Ich hab mich doch geduckt, du Hure! Ah! Ich hab mich... Kann ich nicht, das Spiel sagt nein. Ich hab mich zwar geduckt, du war nicht mehr drin. Ah, das Spiel sagt... Alter. Für solche Kämpfe seid ihr einfach... weil das Spiel mich nicht lässt. Weil das Spiel mich nicht lässt. Ey! Ey! Das ist ja nur das Anfang... ... Oh! Na Finn! Wie machst du denn das jetzt, hä? Wo bist du denn mit deinem Großmaul? Ey, ihr habt doch Väterator. Ich bin jetzt zwar gestorben, von dicker Neuer. Na? Auf! Was machst du denn falsch? Du stirbst einfach! Oh! Bei mir ist die AIDA schneller, weil ich einfach besser bin. Darf ich erstmal looten? Mich überhaupt kampffähig machen? Ich hab, ich hab Ausweichen gedrückt! Ich hab, ich hab Vierge Da muss der Finn Der alles kann und alles besser weiß Das ist auch ein wenig ein Schaden zu bekommen Ich stand zwar gar nicht bei dir, aber kann man mal machen. Darf ich mich auch mal bewegen? Nee, darf ich nicht. Ey, du hohem gefickter Fotzensohn, ey. Das sind immer so diese scheiß Japaner, die immer so meinen, ja, ich muss jetzt irgendwas unter schwer machen, weil sonst ehrt mich mein Sohn nicht. Genau deswegen müsste so ein ehrloses Stück Scheiße, ey. Das ist eine Schmeißfliege, die sich von meiner Scheiße erinnert. Das ist mehr wert als deine Eltern, du Bastard. Oh, diese dreckige Wichsau, ey. Dem hat man doch rückwärts in den Schwanz gewichst. Schön in den Uterus, von oben unten rein, ey. Und hier kamen diese ganze Wichse gemischt mit Dünnschuss einfach oben am Kopf raus, ey. Ja, kannst du mal sehen. Verdammten Wichslachen, ey. Oh, okay. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt the all and let... Wayward Lab. Servant of the Heritage World. This will be your trial and tribulation. Tribulation? You are the one in for a world of dirt. There is no escape. Darf ich auch mal meine Sachen sammeln? Ja, danke. Nee, direkt. Ich durfte mich noch nicht mal bewegen. Das ist bestimmt so ein Lappen, der wahrscheinlich nur beim Holocaust einen hochkriegt, ey. So ein Minusmensch, so eine Missgeburt. Natürlich gibt's kein Escape. Alter, ich muss sie jetzt... Hier mal! ...muss ich jetzt kreisdrücken, damit die ausweicht. Ja, klar, klar, warum nicht? Alter, seine Mutter hat doch wirklich echt beim... Die hat doch in ein vollgewichstes Kondom geschissen und da ist der rausgekommen. Zuerst uns in unserem Kovendant! Oh, Schöpfung zu ihm! Wehrwärter Lamm, Servant der Herzen des Wolfs! This will be your trial in Tribulation. Tribulation? You're the one in for a whirlwind. There is no escape. 합den... Wehrwärter... Insolence. Es wäre aber schön, wenn der Wichser mal eine Schwachstelle haben würde Alter, ich schwör's dir Der hat doch seine eigene Oma tot gefickt Dieser Bastard Ich hab doch reißgedrückte, Hure, gefickter Wichslappen, ey Man müsste normalerweise jeden Entwickler auf sein Kampf gegen Vendler, fand der toll Okay, boom Wenn der zu schwer ist, müsste man ihn steinigen Glühende Kohlen in den Sack rein Did that hurt? You little wretch Steh doch nicht auf! Oh, jetzt machen wir noch was Unfaires Du dux, ich bist eigentlich sicher Och, nö Das trifft natürlich Das trifft natürlich Das trifft natürlich Das ist... ...internal... 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 ...altei... ...ich nehm' das Messer von der Aida und Rams... ...den Mikami in den Schwanz... ...kennt ihr diese Morgensterne... ...mit Stacheln dran... ...diese Dinger in klein... ...die aber dann von innen ausfahren... ...so kleine Reißvergänge rauskommen... ...weißt du... ...so ne kleine Metallkugel... ...in sein Schwanzloch reingerammt... ...ganz unten... ...bis zum geht nicht mehr... ...dann draufgedrückt... ...dass die Nadeln rauskommen... ...und dann... ...blatsch... ...die ganze Harnröhre rausgerissen... ...dann hältst du das... ...hälst du die Wunde offen... ...und dann schön... ...Steinsalz rein... ...das hat er verdient... ...weil er meinte es wäre ein geiler... ...Kampf... ...ich mach dich ultra schwer... ...hälst du... ...dannet... ...Ada! Alles was der Settler gesagt hat, hat wahrscheinlich seine Eltern zum Entwickler gesagt. Die meinte, wir müssen den Kampf schwer machen. Damit wurde er bestimmt als Kind in den Arsch gefickt. So, dass es immer brennt, wenn er scheißt. Wenn mich nicht alles täuschen müsste, bald noch ein Kampf gegen... ...dass diese Landschaft beginnt. Es ist Zeit, um alles zu Ende zu machen. Zeit, um alles zu Ende zu machen. Just what I was looking for. Auch noch mit Zeitdruck, ne? Just what I was looking for. Wahrscheinlich so knapp beim Messen. Ja, natürlich. Natürlich, der Wichser wird mich jetzt noch besiegen. Natürlich, Schießpulver, das werde ich brauchen. Ich bin erd. Ich bin erd. Ja, bei ihm! Natürlich, warum nicht selbst vernichten? Alter, noch so ne Schwanzsau, ey. Es ist doch so eine Last. Der hat echt reingeschissen, oder? Du machst das jetzt schwer. Wenn du es zu schwer machst, vergewalten wir deine Kinder. Da hat er so ein Ständergericht. Ah, jetzt erst recht. Genauso eine Art Mensch ist das. So und nicht anders. So und nicht anders. Ja, ich weiß. Oh, Mann. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Müsst du mich verarschen? Ich hab doch... Alter, du Hurengefickter Fotzensohn, ey. Ach, meine Güte, der Abschnitt war schon immer scheiße, aber das ist einfach nur asozialer Sadismus. Und das ist einfach nur asozialer Sadismus. Ah, nochmal kurz pullern, ey. Ey, so ein verdammter Scheißdreck, ey. Finden die auch noch ultra geil, so eine scheiße, so eine sadistische Kacke. Und damit kommen die auch noch durch. Müssen wir echt quälen, bis sie sterben, ey. Ja, ich weiß. 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 Scheißdreck, ey. So ein Rotzmüll kann doch auch nur einem einfallen, der so einen kleinen Schwanz hat, dass er nochmal zu blöd zum Ficken ist. Sein Penis war so... Sein Penis ist so klein. Von dieser Schwanzmade. Dass er sich noch nie in seinem Leben einwichsen konnte. I need to hurry. I need to hurry. Natürlich! Ey, Finn, wo ist denn dein? Äh, äh, äh. R1-Konter. Ach, Mist, das waren ja die beiden. Ja, guck, da ist er still. Ja, guck, da ist er. Bravo! 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 Da! Hier we go. Oh my god! All we can do now... Ich habe keine Zeit. 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 Ich habe den Bernstein, den schiebe ich dir in die Harnröhre. Nur eine kann leben. Ich stehe diesen Veränderungen. Also, wir sprechen von Millionen von Veränderungen. Billionen. Wie ambitious. We're changing course, now. Producers Masamato. Oh, Alter, dem seine... Die Bosse, ey. Diesen Wichsern. Das wollt ihr nicht wissen, was ich denen fickern wünsche. Ernsthaft, gerade. So ekelhafte, schwere Bosse, ey. Leck mir am Arsch. Yoshino, Cover. Ja, Director. Hast du das mal selbst gespielt? Schwanzmade, ey. So, ein Müll. Also, klar, kennt man. Aber Spielmodus-Standard? Bullshit. Die Bosse waren asozial. Die Bosse sind nicht. Herr, die Explosionen verabschieden. Die Veränderung des 50% der Begründeten. Die Begründung des 50% der Begründeten. Die Begründeten bleibt intact. Oh, Ada. Die Veränderung des 50%. Die Begründeten mussufsisch. Die Begründeten ist wichtig. Das ist eine Ente. Die Begründeten ist weiterhin wichtig, Herr. Wir haben das, was wir brauchen. Das Ltd. Er hat die Probe von Crouser bekommen. Ich würde gerne wissen, wie er das gemacht hat. Wesker gegen Crouser wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Bald wird der Sonne auf der Zeit des Menschen gesetzt. Sprecherdaten bestätigen. Ja, aber schreiben leckt mich doch. Auf den Arsch. So, Refound. Ne, das war's. Aber okay. Die Bosse waren, ich weiß nicht, dafür, dass es angeblich assistiert sein sollte. Aber Standard war, ich verstehe es halt nicht. War komisch, war komisch. Wo? Wo?